Mikrofon-Check! Eins, zwei, drei! Kann man mich hören? Ich glaube, es sollte alles klappen. Der Chat ist zumindest schon mal aktiv. Freut mich sehr. So, seid ihr alle bereit für Chaos pur? Ich bin's. Chaos wie immer. Okay, wechseln wir mal auf das Spiel. So, da ne! Herzlich willkommen zu diesem Spontan-Stream. Das ist ein wunderbarer Sonntagabend. Ich dachte, ich stream mal wieder. Ich glaube, die Musik macht noch einen kleinen Tick leiser. So. Ja, ich dachte, ich stream mal wieder, nachdem wir schon länger eine kleine Pause hatten. Oh, da geht's zum Telefon. Gucken wir mal ganz kurz das Spiel mit an. Wer jetzt ihn hört. Guten Tag. Ich wollte einmal nachfragen, ob es vielleicht möglich wäre, dass ich den 1437 zu dir im Gegenweis rüber schicke. Ich habe eine S-Bahn und das ist ein IP, der will sonst in der S-Bahn auflaufen. Den 1437, der ist ja eh stark verfrüht. Also wenn's geht, lieber ohne. Ja, kann man schon so machen. Ich schaue nochmal kurz an, wie viel der verfrüht ist. Ja, mach erstmal auf den Regelgleis. Ansonsten frag ich mal nach, wenn die Verspätung zu groß wird. Ne, der, was ist der? Einzig Minuten zu früh, sollte schon gehen. Ah, ist klar. Weiß ich Bescheid? Oh. Ah, bei mir fährt grad noch der 4031 dann aus. Ah, welcher nochmal? Also wen schickst du jetzt vorher? Den 40139. Und danach dann der 1437. Ja gut, das wäre ja genau nach Vorplan. Genau. Ja, dann machen wir das nach Vorplan. Ja, gut. Alles klar. So. Also, ich stehe nicht. So, also. Hallo, Jet. Sorry. Da muss ich mal ganz kurz quatschen. Passt das so von der Musik her oder ist die zu laut? Ah, das links da oben in der Ecke, das ist schon mal FR. Das ist quasi die Fahrplan in der Sicht. Und dann sieht sie ja, was hier als nächstes so reinkommt. Du bist ja auch nicht zu früh. Du fährst jetzt dann... Ich hoffe, die Anzeige ist jetzt nicht so dominant. Besonders, glaube ich, sinnvoll sein könnte die Geschwindigkeit auf so 60 oder so runter zu machen. Maximal. Wenn du dann fahren kannst. Alles klar. Tut mir leid, dass ich zu früh bin. Liegt echt gut heute Abend. Aber ich hoffe... Es ist schon kein Problem, zu früh zu sein. Ist ja durchaus auch realistisch. Aber... Ah, das ist ja Gameboys. Naja, aber ich dachte, das wäre vielleicht für euch mal ein bisschen Spalle zu sehen, was als nächstes hier kommt. Alles gut, alles gut. Dass ihr das als Einblendung habt. Oh, da kommt was. Zu 14, 1, 3. 40, 6, 8, 8. Der bleibt hier stehen. Vielen lieben Dank für den Sub. Welchen Zug hast du gerade gerufen? Genau dich. Alles abgehakt. Es geht für dich jetzt nach Katowice. Es geht nach Katowice. Über die Masik gar nicht. Es geht nicht weiter, weil Gleis 1 belegt ist. Was solltet ihr die Masik eigentlich hören? Über Gleis 3 nach Katowice. Danke für die Info. Verwirrt mich nicht. Zug 24, 20, 37. Auch dir kann ich empfehlen, nicht schneller als 60 zu fahren. Du bist hinter den 14, 37. Und vor dem 14, 37 ist ja noch die S-Bahn. Also, check an den Live-Chat. Er hört ja keine Musik. Super. Okay, doch. Ja, passt. Also, der 40, 1, 3, 9. Der wird hier auch einmal halten. Dann kriegt er erst die Weiterfahrt. Musik ist keine zu hören. Leute, trotz mich nicht. Ist das jetzt zu hören oder nicht? Natürlich hört man die Musik leise im Hintergrund. Ja, genau das soll es ja auch sein. Es soll nur leise im Hintergrund sein und nicht dominant. Weil ich habe letztens auf YouTube mehrere Kommentare gekriegt, dass die Musik etwas zu laut ist. Also dachte ich, ich mache es mal ein bisschen leiser. Ja, also für den heutigen Stream, wir reden mal über die zukünftigen Stellwerke, was rauskommen werden. Beziehen fahren, oder? Beziehen, du darfst rausfahren, Entschuldigung. So, das war der 40, 6, 8, 8. Gehen wir mal kurz die Meldung. 40, 6, 8, 8. 24, 22, 37, 2, des Leiter. Bei Twitch kaum hörnehmbar. Ja, 24, 26, 37. Also, 60 bis beziehen, oder? Mindestens wahrscheinlich bis Kato wird es jetzt aber auch sehen. Es ist etwas lauter. Aber viel lauter wird es jetzt nicht machen. Ja. Welche ich ansonsten dann bei Betting. Aber In-Game-Voice, also vor allem der Funk. Passt das so weit von der Lautstärke, oder soll der ein bisschen leiser werden? So, 40, 1, 3, 9. Der hält Abfahrt 20, 20. Du kannst jetzt dann gleich in Zug 24, 22, 37. Du kannst jetzt dann gleich bei mir am Bahnhof. Du musst dann aber am Ausfahrtssignal nochmal warten. Okay. Moin, Diten. Funk ist etwas zu laut. Ja, dann machen wir den mal ein bisschen leiser. So, leiser gemacht. Einfach Feedback geben, wenn die dann wieder quatschen. Ja, also, wir machen erstmal eine ruhige Geschichte hier auf DE1. Es wird aber ein Special irgendwann später passieren. Ich weiß noch nicht wann, aber es kommt. Und dann wollen wir schauen, wie wir damit umgehen werden. Und ja, ich bin auf DE1. Und vielen lieben Dank für den Sub. So, 17 nach. 1, 3, 9. Abfahrt um 20. Ja, aber... Ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Also, mit dem Sommer-Neustart. Abwartet. Und dann schauen, dass ich die Stellwerk kriege. Und ein bisschen Freundschafts-Power. Dank an der Stelle an Yoshi. Der mir das Stellwerk ein bisschen warm gehalten hat. Und dann habe ich es reinkommen. Aber es ist echt schwer, auf DE1 ein gutes Stellwerk zu kriegen. Also, man muss de facto eigentlich immer auf der Warteliste drin sein. Und schauen, dass ein Stellwerk gerade irgendwie ein Disconnect oder so hat. Und dann sofort rein. Ansonsten kriegst du das nicht. Man könnte natürlich auf die anderen DE selber gehen. Oder auf die Ehen selber. Hame ich tot. Aber das ist halt nur Bot-Verkehr unterwegs. Da wird es dann halt langweilig. 14,37 Uhr im Anschluss. Jetzt gehen wir da mal eins weiter im Fahrplan. Das Boden findet schon eine 40-Skamer, ne? Wie lange ist es eine Periode? Ja, Yoshi hat es was geschrieben. Ja, ich habe dir die Fahrstraße gestellt. Aber alle, wir kannst du da Gas geben. Okay, weiß ich Bescheid. Danke dir. So, passt das mit dem Funk soweit? Nicht zu laut, nicht zu leise. Das war es ja gerade wieder. Passt. Wunderbar. So, wo ist der Kollege? Da ist er ja. Dann wartet man mal, bis er angehalten hat. Und dann kriegt er seine Ausfahrt. On time ist er, ja? Kannst du mir deinen Fahrplan erklären und sagen, wie man da hinkommt. Also das, was ihr da links oben in der Ecke seht, also hier da oben, das seht ihr, wenn ihr auf simrail.fr geht. Und dann meldet ihr den Server aus und entsprechend die Station und dann habt ihr die Ansicht. Ich meine, diese Ansicht hier ist eigentlich die Faktor der gleiche, aber das sieht einfach nicht so schön aus. Also von daher, nutzt simrail.fr ist wesentlich besser. Vor allem kann man es auch vom zweiten Monitorofen haben, als das, wie man da halt ständig hier reinschaut. So, da haben wir einerseits einen Express und einen Güterzug. Meine Güte, einen engeren Kurvenradius hätten sie hier in Sassnavice nicht machen können, dass wir den nur mit 20 kmh fahren. Da hat jemand Freude an den Kurvenradius. Schön. Ja, das kostet doch alles wieder Geld. Ich finde auch den Namen ziemlich geil, ne? Ja, so sieht es aus, ey. Das ist nur Begleiter der Kundenzufriedenheit. Ja, 40139. Mal ganz kurz melden. 40139. Kommt. Machen wir das in Kurzform. Sollte eigentlich reichen. So, er ist frei. Man kann da Express reinfahren. Nee, der Link kam nicht durch, aber ich poste es mal so. Ich hoffe, das funktioniert. Okay. Okay. Verstanden. Okay. Verstanden. So, Güterzug gleich mal da unten auf das Absteiggleis schicken. Fürs Erste. Sobald die Fahrstraße dafür frei ist. Holy shit. Der Leandra. Herzlich willkommen, Leandra. Schön, dass du dabei bist. Na, alles gut bei dir? So, da kann ich mal weiterfahren. 1437. Was? Warum jetzt mal? Echt? Warum kann man dich nicht schweißen? Wolltest du Blödsinn machen? Ich wollte gerade meine Leute zu dir schicken. Und das geht nicht. Ich glaube, da habe ich entsprechend was eingestellt. Aber das sind danke, du. So, einmal runterziehen hier. Einfahrt. Für den Mitchell. Ja, da müssen wir kurz mal warten, bis der Express hier weg ist. Aber das sollte ja nicht allzu lang dauern. 1437. Ich versuche es mal mit dem Klumpen. Kommt noch 1438. Und so Snowbeck. 1437. Und da 40188. Der Fluche eben mit dem Kufen. Das war übrigens. Ich natürlich. Soll ich mal ganz kurz was anpassen? Ich milp mich mal für eine Sekunde. Und wieder da. So, ich will erst mal Abendessen. Mach dir aber noch einen schönen Stream. Ah, vielen lieben Dank. Und guten Hunger, ne? Aber schön, warst du kurz da. So, einmal 10 hier. Kommt erst mal noch nix. Kriegt er schon mal die Durchfahrt hier. Auch wenn er ausgebremst wurde. Das war mehr als eine Sekunde. Ja, wir wollen es mal nicht so genau nehmen. 2, 4, 2, 2, 3, 7. Schauen wir mal. 2, 4, 2, 2, 3, 7. Kommt. Der hat Spaß in seinem Stellenberg. Gut. Was haben wir denn in der Umgebung? Mitchell, Static Horizon, MM, Luca, Steven, Master. Kann ich da aussprechen. Der Jörg. Time to Kill. Okay, der Tim. Black Wolf. Ne, vielleicht ein Furry. War weiß nicht. Knuckle Bounty Hunter. Der Danny. Wir haben hier fancy Namen unterwegs. Dighton, Maximilian. Weitere für Kundenzufriedenheit. Geht schon mal plus eins für den Namen. Monkey, Icerod. Medica, Gorilla. Bisschen weiter nach unten. Hier ist Klaus. Auch nett. Knockfitter. Teddy. Der ist öfter einen schon hier gesehen. Okay. Das ist auch kreativ. Mit der Helga. Kommandant Mewtwo. Interessant. Lkw-Fahrer Marco. Mein Lkw-Fahrer. Auf dem Zug. Oh, bei Ratte. Da muss ich halt irgendwie an Stronghold denken. Der Easy Gegner. Der allererste, die Ratte. Der Hunter. Redeemer. Adder Gamer. Tommy Mayer. Ich muss mich schon mal entschuldigen für den Fall, dass ihr ein Flugzeug hört. Das kommt bei mir leider öfter mal vor. Bin auch gerade online. Bisschen Schellwerken. Der Boni89. Wo ist er denn? Schauen wir mal. FDL. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da auch nicht. Wo denn? Äh? Boni89. Das sehe ich gerade irgendwie gar nicht. Also, jetzt werde ich natürlich gerade aktiv übersehen. Ah, ich bin nicht auf die 1. Ich glaube, T2. Ja, drück mal Tab. Dann weißt du das. Das ändern doch mal die Rollen. Welche Rollen? Und vor allem, warum müssen wir jetzt gerade so ruhig gehen in dem Spiel? Dass wir das jetzt gerade alle mitkriegt haben, dass ich stream. Jetzt will keiner mehr was sagen. Die gute alte Tab-Taste. Das ist gerade echt ruhig. Was sagt denn der Fahrplan? Ähm, 4, 1, 3, 8. 20, 9, 30. Also in 10 Minuten. Dann der 40, 1, 8, 8. Aus der gleichen Richtung. Und dann kurz danach. Ja, okay. Dann ist erstmal warten angesagt, ne? So. Ja, dann können wir die Zeit erstmal nutzen, um über das neue Stellwerk zu reden, was dem nächsten Mal kommt. Und zwar ist das noch wirklich Poly irgendwas. Ich kann es auch bevor nicht aussprechen. Deswegen ist Poly irgendwas. Ähm, da gibt es schon mehr als Screenshots. Und so wie es aussieht, wird es eine Kombi aus SCDS. Also komplett digitales Stellwerk. Und mechanisch. Wobei, wobei, bei dem Bild, was ich da gesehen habe, äh, ist der mechanische Aspekt eher auf die, ähm, warte mal, das waren die Weichen zum Rangieren. Und das ist auch schon 438. Und das ist noch nicht klar. Und, nicht für den Hauptverkehr, aber das ist jetzt nur so, was ich aus dem Bild erst mal gesehen habe. Die Schlaube. Gut, äh, es geht abreichend auf das SCDS 4B wegen der Baustelle auch in... Und, dass du halt dann natürlich die Fahrstraßen sperrst. Nach vorne und hinten. Aber man sieht aus den Bildern einfach echt nicht sehr viel. Okay, danke. Weil, ich muss mir das Bild mal ganz kurz aufmachen. Ich habe es ja auch auf YouTube postet. Äh, wo ist es denn? Warte mal ganz aufmachen. Bilder und Videos. Ah, jetzt finde ich es gerade nicht auf die Schnelle. Einen Moment. Vorbereitung ist echt schlimm bei mir. Die ist de facto nicht existent. YouTube, meine Posts, Fotos. Wo ist es denn? Ah, Community. Ja, genau. Also, ihr habt das Bild jetzt gerade offen. Und das sieht einfach so aus, dass du halt die Fahrstraßen sperrst. Und halt dann die Besetzmeldung machst. Und die Hebel, was hinten drin hat, für das Norweg-Polier irgendwas, ähm, das sind einfach nur Weichenhebel. Aber das sind keine Hebel für die Signale. Also bin ich mal gespannt, inwiefern das genutzt werden wird. Vor allem nachdem SCS da mit Kombi ist. Und du hast ja von den Fahrwegen her ja nicht sehr viel zu machen. Das ist ja nach Sosnowik, auf der Kurve, den einen Weg. und auf der anderen Seite nach Retour. Also, wenn es ganz schlimm kommt, dann musst du eigentlich nur den Vorweg sperren und oben die Besetzmeldung machen. Oder Freimeldung, je nachdem. Und machst den Rest aber in SCS. Bei Rangieren und so weiter ist ja eh nicht im Spiel. Jetzt sind 37 von Sosnowik. Signalet dann über SCS. Ja, eben. Das wird vermutlich die Kombi sein. Jetzt sind 37. Ähm, die Uhr sagt, in einer Minute geht es wieder gut. Genau, das ist richtig. Und es geht dann einmal über das Gegengleich. Aber das wäre irgendwie schön gewesen. Wenn halt, äh, doch mal ein bisschen mechanisch ein bisschen mehr zu tun ist. Aber das muss man überraschen. Aber ich vermute, wir werden nicht sehr viel mechanisch machen. So jetzt das Norweg, äh, wenn es dann rauskommt. Leider gut ist. So, was ist los mit den Zügen hier? Ja. 39 Ankunft. Wir brauchen halt wirklich mal ein Stellwerk mit Herausforderung. Also, für Pros. Ich meine, so Sosnowik Loni verkacken sie halt immer noch. Ich meine, heute, weil ich mal ganz kurz auf D1 gewesen habe, war Sosnowik Loni frei. Und ich dachte, äh, was? Warum ist das Stellwerk frei? Da bin ich reingegangen. Und dann habe ich es gesehen. Ein 42er Zug ist einfach gerade weitergeschickt worden. vermutlich mit SZ. Und der hat einen Knutscher gemacht mit dem EuroCity, der aus Bezin gekommen ist. Einfach, how? Warum? Es wäre nicht so schwer. Und es sind auch schon Hilfe mit drin. Wie kann man es denn immer noch abfacken? Aber ja. Wie hast du den Farben oben links eingestellt? Mit welcher Taste? Das ist ein Trick mit OBS. In-Game geht das gar nicht. Ich habe auf dem Browser simrail.fr offen und habe da den Ausschnitt links oben eingeblendet für euch. Ich sehe das auch nicht in-Game. Da ist das, wie gesagt, auf einem anderen Monitor. Ja, und dann hätten wir ja noch das eine neue Stellwerk, Traboba habe ich tot, wo man ja diese theoretisch, was nennt es, 1, 2, 4 Strecken sind, wo du nachblocken musst und auch das schaffen die Leute schon nicht. Also für das Stellwerk werde ich nochmal ein deliziertes Tutorial machen, so nach dem Motto, wie tut man nachblocken? Als ich da durchgefahren bin mit jemandem, der drin war, hat mir SZ gegeben. Dann habe ich gefragt, ne, warum gibst du mir SZ? Ja, ich konnte keine Fahrstraße geben. Das war für mich schon die Antwort, ja, da hast du wohl nicht nachgeblockt. Jetzt ist es halt gefehlt. Aber ja, hm. So, 40, 1, 88, bitte kommen. Ja, wir brauchen definitiv ein besseres Training-System hier für Ziprail, als wir das, was jetzt gerade in-game da vorhanden ist. Alles klar, verstanden. Ich meine, Beziehen beispielsweise ist ja auch nicht schwer, aber auch Beziehen schaffen die Leute nicht. So, 4138 ist am Abfahren. Bei mir schon mal die Durchfahrt. Gerade das hier mit dem gekoppelten Signal, ne, dass du hier erstmal die SPL aufgeben musst, bevor du hier die Ausfahrt gibst. Klingt die Leute halt schon nicht hin. Was schön wäre, extra Fenster, wo man die Fahrstraße einstellen kann, aber draußen am Bahnsteig steht. das wäre aber Luxus. Ja, Joschi, das ist genau der Punkt. Es ist halt nicht schwer, aber die Leute verstehen es halt nicht. Wobei, man muss sagen, bei Travoba, bei dem neuen Stellwerk, bei dem 14. Stellwerk, was dazukommen ist, sie haben es auch, glaube ich, im Tutorial nicht erklärt. Ich meine, schauen wir mal ganz kurz rein. Aber ich glaube, sie haben es nicht mit drin. Ja. Holy shit, das ist ein langes Zoll. Mal durchscrollen, ob sie es irgendwo drin haben mit dem Nachblocken. Ja, doch. Bei Lazy hat das Nachblocken ja auch. Mit dem Imbus ist das Topic hier, Controlling 20 Relay Devices. Section Occupied. Ja, natürlich erwarte ich nicht, dass das jemand liest. Aber ich will, statt ob es wenigstens trotzdem drin ist. Aber ich glaube, das ist nicht drin. Nee, das ist nicht drin. Das war mit dem Shunding Signals und ob es blockiert. Die haben das mit dem Nachblocken nicht drin. Okay. Ja, da braucht es effektiv die Treue. Aber wenn es jemand wirklich nicht kennt und dann halt was das Blödsinn falsch macht, dann kann man ihm das gar nicht mal wirklich ankreiden, wenn man nicht gezeigt hat, wie es funktioniert mit dem Nachblocken. 14,38. Schauen wir auch was. 39 Durchfahrt. Das wären wenige Minuten. Oh, da kommt später ein Zug. 14,6,39. Der Löwe nicht. Der kriegt schon mal Pluspunkte von mir. Wenn er einen Löwe im Namen drin hat. Können wir eigentlich schon mal vorschreiben. Schon mal der Shit hier drin. 40, ah, 41,38. Abgefahren. Sobald er denn abgefahren ist. Ja, jeden Moment sollte er eigentlich da sein. Eigentlich sollten sie für Simul irgendwie so ein interaktives Tutorial machen. Vor allem auch mit Residenzfälle, wenn irgendwas aufgefahren worden ist oder so. Dass du irgendwie so einen Audio-Guide hast und dann high-glide, okay, das und das musst du dann machen. Das wäre halt schon gut. Ach, das mit dem grünen Hintergrund hat überhaupt nichts auszusagen. Da ist vermutlich mal das Panel oder so ausgetauscht worden. Aber das hat wirklich auch keinen Grund. Das kannst du ignorieren. Ob das jetzt grün oder grau oder weiß ist, je nachdem wie man das sehen will. Ist total egal. Da ist er. Da ist er. Und gemeldet. So, 40,639. Der Kampf um Tabor Ganesha. Der muss ich auch mal halten. Das ist der Löwenich. Geplante Abfahrt um 20.49 Uhr. Dann gehen wir schon mal in die Einfahrt, weil ich so nett bin. Ich finde es gerade echt überraschend, dass der Funk so leer ist. Also vor dem Stream ist hier echt abgegangen. Das war so witzig. Kurz vor dem Server-Neustart, als ich dann hier den Stream vorbereitet habe, war ich in Kato-Vice drin. Und so Snowback und zwei Lokfelder waren halt voll am Quatschen bezüglich Weiterfahrt und hau mich tot und dann sage ich einfach so rein, ey, kannst du mal den Funk frei halten für den normalen Funkverkehr, was hier so notwendig ist. Da war es ruhig. Im Chat kam da hin noch die Notiz, Spaß für der war. 64, 40, 46, gut willkommen. Funk auf DE1-Gart, der war richtig voll ruhig war. Der müsste aber auf DE2 sein hier in der Region. Wenn du langsam rollen lässt, dann kann ich Deck durchjagen. Ich hatte dir jetzt einen Robert geschickt, weil das ist noch belichtbar, also das ist Kass 2. Da müsst ihr hier auch zeigen, ja, ist Kanal 2 hier. Das ist halt leider noch... Ich würde mich gleich nochmal fertig melden, ja. Das ist halt leider ein Bug, dass wenn man hier halt reinkommt, vor allem bei Kartevize, und den Autofunkkanal hat, dann ist er eben Kanal 1. Ich roll mal eben bis zum Signal durch, sollte aber Kanal 2 sein. Alles klar, verstanden. Jo, danke dir, bis gleich. Jo, moin. Guten Abend. 40, 6, 3, 9. Mal wieder nach oben scrollen. Am Anmarsch. Der 40, 1, 8, 8 hat aber verspätet, wie es aussieht. Warte, warte, ähm, ich frage mal in den Chat, derjenige, der weiß, was ich meine, der soll sich angesprochen füllen. Ist das Special vorbereitet? Beziehen ist 2, die ganze Strecke ist hier 2. Kann man in diesem Spiel, was, Regen simuliert werden? Ja, ab und zu regnet es hier auch. Ich bin ganz froh, dass es jetzt gerade nicht regnet, weil es regnet sehr oft hier. Das ist ein bisschen gefühlt. So, was ist denn die Umgebung? Ah, ich bin hier ganz unten. Sehr gut. Ob es regnet oder nicht, hängt anscheinend auch von der Situation in Real Life ab. Dann regnet es aber in Polen ziemlich oft. Ich habe so das Gefühl, jedes zweite, dritte Mal, wenn ich reinkomme, dann fängt es an zu regnen. Bei dem Fahrplan, was sind das für Zahlen hinter der Haltezeit? Ah, das ist eigentlich nur, welcher Peron er eigentlich halten soll und wie lange er hier stehen bleibt. habe ich gesagt, das ist nicht offiziell, was ihr da links oben seht. Das ist der Community-Mod. Und liebe Grüße zurück nach Hamburg. Schöne Stadt. Einer der schönsten Städte in Deutschland, finde ich. Ja, also ich würde es ihm zutrauen, dass es nach echtem Wetter gemacht worden ist. Ich meine, wahnsinnig schwer wäre es ja nicht so umzusetzen. Er hat einen coolen Effekt. Das wäre dann gleich wie bei der Flight Simulator, wo er ja nach echtem Wetter spielt. Wobei jetzt, glaube ich, hier die Wettersimulation bei weitem nicht so realistisch ist wie beim Flight Simulator. Aber schöner Touch. Ja, da hinten ist er. Gucken wir mal das Chatfenster aufmachen. Ist da 40639. Schau mal, vorschreiben. 40639. Ja, gut, der hat kein Auswort. Perfekt. Ah, da ist die Auswort von so Snobby schon. Das dürfte dann der 40188 sein. Mal abwarten. So ist es noch weg. Was schickst du mir? Oh, what the fuck. Nee, die Musik darf nicht sein. Nee, die auch nicht. Was? Äh, war ja mal geil. Ja, was ist da? 40188. 40188, der hält hier kurz. Geil. Finde ich cool, dass mich da Epidemic Music gerade ein bisschen getrollt hat. Ich habe einfach nur so die Funk-Playlist drin, aber dass das nicht mit dabei ist, ja, okay, merke ich mir. hier. So, warte mal, 40639. ist doch der da hinten. Was macht der da hinten? Nee, der hat keinen Halt hier hinten, oder? Oder doch? Hm. So, der Kollege ist jetzt noch mal gekommen. Moin, wer heißt denn die Motta? Welche Funktion hat das? Die sieht ja noch nicht besser aus. Ich habe ja sonst immer den Fahrplan auf dem zweiten Monitor gehabt. Doch, das sieht besser aus. Äh, mach einfach simrail.fr auf. Das ist eine Webseite, was ich hier offen habe, im Hintergrund. Okay. Falsch gemacht. Hallo? Passwort, bitte danke. So, der 64, 46, 46, für den Fall ist er da, sonst nur mit Bloni. 40, 188. 64, 46, 46. Ach, nee, nicht auch so mit Bloni. Katowicz, da wurde sie wollte. Sorry, die falsche Bahn. Das will ich nicht hören. Ja, wenn du willst, kann sie mich nach dem Euro ausjagen. Okay, der ist weg. Mach ich. Und der Löwe steht noch fürs Erste. Nord-Germany, mein Sinn. Ja, das ist nur eine Einblendung, das ist nicht direkt im Spiel. Aber schön wäre es, wäre das im Spiel. die müssen wahrscheinlich jetzt nur zwei Züge abwarten. Naja, meine ich, der Regio und dann der Euro City noch. So, liebe nicht. Oh, dann der 40. Also jetzt. Fühltig richtig, da kennt sich ja noch aus. Ja, ich bin hier schon das ein oder andere Mal gefahren, das stimmt, ja. Er ist weg. 40, 6, 3, 9. Und gode Fahrtkollege. Okay, was sagt der Fahrplan? 14, 1, 3, 5. Um 21 Uhr. Hört aber nicht die Verfrühung. 41, 138 kommt um 5 nach. Alles klar. Ja, erstmal kurz eine ruhige Schicht hier. Bis, ja, so 10 Minuten erstmal eine ruhige Schicht. Ich finde es so schade, dass man die Gleise da unten nicht nutzen kann. Wir brauchen unbedingt Dieselschleudern hier in dem Spiel. Und vor allem mit mehr Güterverkehr. Ich will hier Stau im Stellwerk haben. Also geplanten Stau. Was haben wir denn in den ganzen Gleisen, was ich nicht nutzen kann? Also egal, welches Stellwerk, wir brauchen unbedingt ein bisschen Dynamik hier im Vorplan in SimRay. 40, 63, 9 ist das noch nicht Clowny. Hört. Cool. Das wird kurz am Ende Bahnhof dauern. Da kommen gerade zwei Züge einmal entgegen. 10, 43, 138 bekommen. Das glaube ich. Ach, und abweichend auch gleich hier wegen der Baustelle. So. Acht, ja, das Neuberg und seine Baustelle. Aber jetzt, ich muss euch mal für eine halbe Minute bitte ganz kurz muten. Ich bin sofort wieder bei euch. Macht bitte keinen Blödsinn. Du musst einfach das Gegengeist befahren, weil du vor den Regionalbad fährst. und dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. da okay nix brennt alles noch im lot sehr gut ja also eben dynamik im fahrplan das wert schon noch was beziehungsweise er ist die frage wird es im konzept umgehen also machen das ja alles nach dem echten fahrplan wie man da halt spieler fahrpläne irgendwie mit rein kriegt weil es ist ja jetzt schon recht eng getaktet dann noch mal so ein custom zug mit rein also wenn dann glaube ich müssten sie den echten fahrplan ein bisschen ausdünnen damit platz ist für kasse fahrpläne dass man wirklich sagen kann spieler macht den kasse fahrplan und fährt dann zu dem stellwerk und dann wieder retour mit rangier aufgaben option b wäre natürlich planmäßig mit reinbringen irgendwie aber das wird dann auch ein bisschen monoton werden oder was auch möglich wäre ist macht irgendwie so ein kreativ server auf mit komplett freien fahrplan also bestand hat man sich gar keinen fahrplan hast und dann ist es alles nur spieler generiert das glaube ich war eigentlich auch nicht so doof was weiß ich von der idee halten dass man einerseits server hat mit echten fahrplan und dann selber hat mit spieler generierten fahrplänen also ich finde es nicht schlecht da fünf minuten noch ist der nächste kommt hier die 40 639 ist jetzt ab vorbereitet sei gegrüßt der löwe nicht am besten zwei bis drei custom server ich bin schon mal so gespannt wenn dann endlich mal die dampflok kommt ich sehe das jetzt schon kommen so wie die rauskommt mit ihren fahrplänen und ich glaube das war nicht viele sein dann wird die einfach mal komplett ausgebucht sein jeder fährt die dampflok ich hoffe sie ist dann auch schwierig zu fahren nicht dass du wirklich nur gas gibst und bremst dann habe ich tut sondern dass es ähnlich wie bei ts classic ist und bei transit world das sollte entsprechend wirklich nachfallen muss jetzt kommt doch mal langsam ein paar züge hier jetzt ist auch für mich gab es seiner der bei mir vorbeikommt ja genau punkt 21 aus der richtung moin titan schön bisschen mit dabei So, 14135, aufm Weg. Geh mal, wir mal die Eintracht. 14138 von Sasnowich-Looten, äh, Sasnowich-Cloney. Moment mal, ist das der echte Josh oder Fake Josh? Kurz gucken. Ah, ist der echte Josh. Was, hatte auch das Vergnügen gestern, ganze Strecke frei, Fahrt, sie wird zur Flurung. Dann vor, was, dann schlau vor, war schon zehn Minuten Verspätung. Na klar, muss ich dann Unfug ziehen. Alles gut. Hast du jetzt nochmal einen Halt vor Sasnowich-Cloney? Also bis jetzt bin ich brav, ich hab noch nicht sehr viel Unfug gemacht. Bis jetzt. Ja, aber es geht ein Stückchen weiter, es gibt gerade vorne den Zugkreuzungen. Und dann geht's weiter. 14, Moment mal, 14135, der hält ja gar nicht. Der kriegt einen Flug. Und tschüss. Und der Fahrdienstleiter Sossowich-Cloney an den 64, 40, 46, einmal kommen. 64, 40, 46, 46. Ach, nö. Das ist ein Güterzug, der kommt bei mir demnächst an. Ich frage mich, der kommt bei mir demnächst an. Also der Güterzug, der soll bei mir um zehn nachts da sein. Und bleibt dann erst bei 15 Minuten stehen. Ey, das ist so fies mit dem Güterzug. Der bleibt eine Viertelstunde in so Snobby stehen und dann nochmal eine Viertelstunde hier im Bezin. Da kannst du echt erstmal nebenbei Netflix gucken. Oh, Stichwort Netflix. Hat jemand von euch The Last of Us angeschaut, die neue Serie? Die ist ja mal mega geil. Also ich hab das Spiel gespielt und die Serie dazu, oh. Echt nicht schlecht. Ich hoffe, da kommen noch echt ein Haufen Folgen raus zu The Last of Us. Hammergeil. Ich mein, die Vorlage, die Spiele dazu, ist ja die supergeile Story. Ich fahre die Insel der Sonsten ohne an den 64, 46, 46, nochmal. 46, 46? Ich hab ein bisschen früh gebremst und stehe jetzt mitten auf den Magneten. Kann ich noch ein Stück vorziehen zum Signal? Ein Stückchen sollte gehen, ja. Ja, ich bin ca. 140 Meter voll im Signal und wie gesagt stehe halt mitten auf den Magneten. Deswegen, ich wollte ja eigentlich noch runter. Dann stückst du auch auf den Magneten. Ja, und dann habe ich den Dank dir. Wer braucht neue Züge für den Fahrplan? Oh ja. Also ich wäre ja vor allem für eine ET-41 und dann halt auch mal beladene Gütezüge. Dass das Bremsen wirklich mal eine Herausforderung wäre. Okay, das ist bei mir sowieso eine grundlegende Herausforderung, aber so mit 3500 Tonnen oder sowas. Das wär's. Das gibt richtig schön Krawall. Ich mein so ET-41. Mein Führerstand und alles haben sie ja schon. Das wär gar nicht so viel Arbeit. Ich soll das mal einführen. So TD-2-Style. So, da kommt er. Der Euro City. Der 14-13-5 für Beziehen kommen. Jetzt ihn hört. Ich habe bei mir im Zug medizinischen Notfall und ich müsste bei dir mal eben anhalten. Alles klar, abverstanden. Anhalten an Plattform 1. Leg doch einfach auf der Gleise, dann hat sich das eh erüblich. Goal, jetzt haben wir ein Hindernis. Medizinischer Notfall. Ja, dann tun wir mal so, dass wir die Einsatzkräfte alarmiert haben. 14-13-5 für Beziehen, bitte. 14-13-5 hört. Einsatzkräfte sind animiert und kommt zum Bahnsteig. Okay, cool. Also, unser Gleis 1 ist erstmal gesperrt. 24-39, Ankara wird jetzt der Wurzier. Bei uns weiterhört. Und der 4-11-3-8 muss erstmal durchfallen. Der ist vielleicht schwierig, dass der 40-39 kurz warten kann im Bahnhof bei dir, weil mir habe ich noch Fahrgäste, die umsteigen möchten, weil ich habe Verspätung. Der 40-6-3 ist zu erwarten, hast du gesagt oder welcher? Ja, genau, weil bei mir sind noch vier Fahrgäste, die auf diesen Zug möchten. Ich kann das anfragen. Okay, danke dir. Zum 40-6-39, bitte komm. Oh, das wird spaßig. 14-13-5, Einsatzkräfte sind ungefähr 10 Minuten. 14-13-5, können Sie sagen, in welchen Wagen der Notfall ist? Zum 40-6-39, bitte komm. Der Notfall befindet sich im dritten Wagen. Alles klar verstanden. So. Dann warten wir erstmal. Das ist schon irgendwie cool. Jetzt haben wir hier einen Notfall. Und jetzt ist wirklich so Ambulanz hier drin. Zug 40-6-39, bitte kommen. Und ich glaube, da einen Zug will er nicht so ganz kommunizieren. Zug 40. Zug 40. Ah, jetzt kommt die Püterschleuder. Zug 24-9-35. 24-9-35 hört. Ich erreiche den Zugführer nicht für 24-9-35. Okay. Moment mal, lauft da hinten jemand? Alles klar. Dann schau ich mit den Fahrgästen, wie sie sonst ans Ziel kommen. Das passt so. Ja, läuft. Ich dachte mal, so lange es stimmt, dass er sich meldet. Okay, danke. Vielen lieben Dank für den Follow. Freut mich sehr. Ich bin in wenigen Minuten bei dir. So, 4-11-3-8. 4-11-3-8. Nicht angefahren, abgefahren. Sobald er am Bahnsteig ist. Zug 406-39, bei der Seite, Katowicz, bitte kommen. Jo, hört sie jetzt. Moin. Ah, moin. Aber endlich. Sag mal, ist es möglich, dass vielleicht noch ein Zug hinter dir, der mit 15 Minuten Verspätung unterwegs ist, warten kannst, wegen Fahrgastumstieg? Ja, komm, ne mit. Alles klar. Der ist auch der Gemeinfahrsignal, den lasse ich jetzt gleich schon durch. Sehr. Und die Güterschleuder. Alles klar. Ich schaff's nochmal 1, 2. Vorredenzeit. Der Beziehen für den 64, 40, 46 haben wir kommen. Jetzt ihn gehört. Ja, grüß dich. Ich wollte fragen, ob ich bei dir durchfahren kann. Ich brauche dich. Und je nachdem, wie die Situation bei dir ist, durchgehend durchfahren. Im Moment noch nicht, aber ich schaue, dass ich dich früher wegschicken kann. Alles klar, danke. Okay, Güterschleuder. Zum 24, 9, 5, 4, 6, der Beziehungsstab an Plattform 2 auf Gleis 3. Eigentlich könnte man den schicken. Ja, perfekt. Danke dir. Der nächste ist aus Norweg, kommt um 14. Doch, eigentlich können wir den schicken. Ach, warte mal. Der hat die Durchfahrt um 15 nach. Naja, dann warten wir. Warte mal. Ich hoffe, man sieht das. Wir haben die Durchfahrt um 15 nach. Um 20 nach. Ich glaube, den lassen wir die 2S-Bahn hier noch abwarten. Dann werden es genau nach Fahrplan. Oder schickt man gerade durch? Zug 40 14 1 und Zug 41 13 8. Ich melde euch schon mal. Wisst was? Ich habe eine BÜ-Führung. Ich frage mal ganz kurz nach. Ich würde ich schalte euch der Satz einmal ein. Ich würde auch bitten, vor dem BÜ kurz anzuhalten und dann mit Marco wieder rauszufallen. Vielen Dank. Ja, guten Tag. Ja, hallo, Beziehender. Kurze Frage. Ich habe den Rückzug 46 da bei mir. Kann ich den gerade durchschicken oder willst du die 2S-Bahnen abwarten? Ich kann die 2S-Bahnen abwarten. Kannst gerne durchschicken. Alles klar. Da kommt der gerade als nächstes. Da kommt der gerade als nächstes. Danke. Ja gut, dann schickt man ihn durch. Kannst du noch reinsteigen? Nee, leider nicht. Ich versuch's gerade. Ich lauf gegen der Wand. So, ich habe meine Frage jetzt nicht gesagt, es soll nicht schnell umsteigen und dann ist gut. Hier ist ja 44, ich fühl's hier 46, ja. Alles klar. Du hast Ausfahrt, bitte durchziehen. Ja, ich habe Ausfahrt, wie gesagt, 40 V Max, ne? Ja, ging leider nicht anders. Alles gut, kein Wohl. 14, 13, 15, äh, 14, 13, 5, bitte melden. 14, 5, hört. Einsatzkräfte sind vor Ort, bitte vor Ort koordinieren und dann Feedback geben nach der Situation. So, also, Einsatzkräfte sind bei uns am Eurocity. Also, meine Fahrgäste sind nun umgestiegen, äh, wir müssen uns wieder weiterfahren, respektive, wahrscheinlich der 40, 36, 39 zuerst, nehm ich an. Und dann Wapper Feedback von 14, 13, 5, wenn die Einsatzkräfte wieder weg sind, wenn der Notfall behält ist. Ah ja, das passt auch. Sehr gut, äh, spannend wird's jetzt, wenn wir dann hier von der rechten Seite Verkehr kriegen, nachdem wir unser Gleis hier belegt ist, durch den Notfall. Danke dir, guten Dienst. Dankeschön. So, Abfahrtsmeldung. Das war, 6, 4, 4, 4, 6, abgefahren. Was abgefahren? Sehr gut. Fahrdienstleiter, Dabro, Gunica, für, 41, 1, 38. Fahrdienstleiter, Dabro, ab. So, 94, 96, der hält hier. Jo, äh, kannst du das Signal schalten? Genau, damit hab ich ein Problem. Ich merke mich. Okay, danke. Warte mal, war das jetzt gerade 3 Uhr, der Problem hat, oder so Snowbeak? Auf einem untersten Gleis, da muss man auch die Weiche mit angeben, das hab ich auch erst kurzem rausgefunden, äh, dass man da die Ausfahrt stellen kann, Atapova. Okay. So, Zug, 1,413, 8, äh, Ersatzsignal ist eingeschaltet, gute Fahrt. Jo, danke sehr, gut, Team. Danke dir, gute Fahrt. Mich würde sehr interessieren, was bei dem 14, 13, 5 passiert ist, dass wir hier Notartseinsatz brauchen. Wagen 3, erste Klasse. Direkt nach dem Speisewagen. Oder? Hab ich jetzt der Speisewagen hier, ne? Er hat der Speisewagen. Lebensmittelvergiftung. Wird zumindest passen. Und moin, White Banana. Alles klar bei dir? Lange nicht mehr gesehen. Ja, das hört man auch gerne. ist ja 40, 96, abgefahren, sobald es soweit ist. Ja, tu, bei mir ist soweit alles super. Hab noch einen medizinischen Notfall da vorne, in dem Euro City. Da hab ich nur noch ein Peron frei. Aber bis jetzt passt's. Ah, cool. Kommt der 40, 1,4, 1. The you again? Das wird spaßig. Zu 14,39 auch für dich. Ich hab eine BÜ-Spürung. BE1. An Kilometer 300.0. Ich schicke dich gleich mit Ersatzsignal durch. Ich bitte dich vor dem BÜ noch mal kurz anzuhalten und dann mit Marco wieder loszufahren. Vielen Dank. Ein paar Wässer verstanden. 40,14,1 für B10, bitte. So, Ersatzsignal ist nun eingeschaltet Zug 14,39 gut fahrt. Danke. Zug 40,14,1 bitte melden. Ja. Die Einfahrt wird sich leicht verzögern, nachdem wir mit sielichen Notfall haben und nur eine Plattform frei ist. Oh ja. Wenn ich das sein muss. blieb da schon mal sehr gelassen. Der Ausfahrt. Ah, Moment. Genau. mal. So. 40,96, Abfahrt 15,8, also jetzt. Weg mit dir. Ich brauche das Gleis. Fahrdienstleiter, da brauchen wir gar nicht so ab für den 64,40,46 kommen. Ist weg. Dann kann gleich der nächste hier rein. Fahrdienstleiter, da brauchen wir jetzt als da. Ja, wie sieht es aus mit Einfahrt? Einfahrt. Äh, Entschuldigung, Kommt. Achso, ich habe das mitbekommen, die Ü-Störung, ich weiß, wie das funktioniert, also brauchst du mir nicht erklären, wo das so schnell weißt, ne? Gut, Kilometer 300.0 hast du mitbekommen. 0,15 oder so was war das, ne? Genau, 0,15. So, man kann ja mal einfahren hier. Hallo, welche? Danke. Perfekto. Ähm, einmal ziehen, danke schön. Hallo, einmal ziehen. Was ist mit dir? Oh, was ist jetzt das hier? Warum kann ich das? Okay, einmal durchziehen. Ah, okay, never mind, aber warum kann ich dich nicht ziehen? Ist das ein Schutz, dass ich da oben nichts machen kann? Warte mal testen. Lol, das geht nicht mehr. Oh, solcher Spaß von dir aber. Okay. Kann jemand den Link von der Map reinschicken? Simray.fr ganz einfach. Post nochmal Simray.fr links werden geblockt automatisch. Und jetzt schon eine 42 von Sosno mit Cloning. So, 40, 1, 42 hört. Gut, das kommt euch erst noch ein Zug entgegen und danach geht's rein. Ist so verstanden. Zug 24, 22, 39, die Einfahrt kommt dann gleich bitte am BÜ am Kilometer 300.015 kurz anhalten und vielen Dank. Bitte 13.5 bitte melden. Wenn du mir noch fünf Minuten gibst, ist hier alles perfekt. Alles klar, hab verstanden. da ist er. Der ist noch nicht mehr verspätet. Also, der Minute müsste er abfahren, also minimale Verspätung da hinten. Trotz gesperrten Gleis. Lauf doch. Wobei, da kommt gerade der Nächste. Der 14.3 9 Express. Der muss aber erst um 29 durchfahren. Der kann warten. So, und der hier, der 40, ja doch, der muss halten. Ja, passt. Dann warten wir hier noch einen Moment. So, ein nicer Triebarm, der könnte ruhig ein bisschen lauter sein. hat gehalten. Direkt da die Ausfahrt von mir. 40, 1 4 1 1 1 gefahren, sobald er abgefahren ist. Nö, gibt kein Datum sondern ein Stellwerk. Haben sie aber auch noch nie kompliziert. Das wird vermutlich einfach mal kommen. vermutlich wieder Wendor bei Irkan selber einen Neustart und dann ist es da. So, der 1439 ist da. Die Rare. Kriegt auch gleich die Einfahrt. Wie gesagt, der ist einfach viel zu früh, von daher tut es ihm nicht weh, wenn er mal stehen bleibt. Endlich ein Züge bekommen. Ja, auf die Einzüge ist es echt schlimm. So, mein Junge, fahr, weil ich will den Express nicht da unten. Ah, perfekt. Dankeschön. Einfahrt für den Express. Kommt denn doch was von da hinten? Was sagt der Fahrplan? ein Trebo war nach dem 39 kommt eigentlich wieder was von Sosnobeck. Das ist ein Express. Da, 41. 40. 40. R-O-J. na, zweimal R-O-J. Na, einmal R-O-J. Da, von der O-J. mag irgendwie keinen nicht so wie ich. Ich muss kaum mit Ersatzsignal weiter. Erste verstanden, auch mit Ersatzsignal weiter. So, 14.39. Äh, das ist nicht richtig. 14.39 abgefallen. Sobald er frei ist, er kriegt auf einmal gerade die Fahrt. Moin, Kollege. 40. 1.41 ist das 0 Stunden? So, und hart Fahrt. Na gut, wegen der Baustelle geht es abweichen auf Gleis 4B zum Bahnsteigbad. 14.13.5 für Bizzin kommen. Bizzin hört. Der Passagier ist soweit versorgt und ich wäre bereit für die Weiterfahrt. Alles klar, ich der Chaos ist wieder zu gang. Ich bin unschuldig. Ich hatte nur einen kleinen Notfall mit dem Euro City hier, aber warte, ich meine schuld. Ansonsten läuft es relativ smooth. War schon wieder Güterzug. 242, 239. Wann soll der denn kommen? 242, 239. Um 21 423. Okay. Aber auch nur ausnahmsweise. Der hat erst eine Minute Verspätung. Das heißt, der hat noch Prio vor dem Euro City. Wollen wir den auch nochmal durchschicken? Bevor der Yoshi weg kann. Oh, das war vielleicht ein Fehler. Den habe ich jetzt auf Prio geschickt. Ah, der wird schon passen. Der Intercity wird schon wegfahren. Ist klar, du bist so unschuldig wie El Jones Hit. Gehen die TM-Signale? Nö, weiter nicht. Schön wär's. 39 ist das noch Clony? Ja, leider. Jetzt sind 39 ist Clony. Jetzt um 39 sprechen. Gut, es geht am Abweichen auf Gleis 2 und die Baustelle auf Gleis 1. Ja, der ist echt gut. Yes, hat freigemacht und kommt gerade dahinter. 2, 4, 2, 2, 3, 9 abgefahren. Ja, gott's nächst leh. Schlaf gut und bis bald. Schön, was da. da. Ist das eigentlich ein langer oder kurzer? Das sieht noch kurz aus. Das ist wohl nur die Lok. ja, das ist nur die Lok. das ist nur die Lok. Schicken wir mal den Yoshi los. Damit er auch irgendwann mal in Katowice ankommt. Denkt dran, immer viele Unfälle bauen. Na, bitte nicht. Soll er halbwegs normal hier laufen. Vielen lieben Dank für den Gäfte Zapf. Banana. Das ist immer schön und Freakom willkommen in den Club. So, mein Junge. Mach hin. 240, aber trotzdem. Was meint so der Live-Chat? Sollen wir dann auch noch mal eine Runde fahren oder weiter fahren ins Gleiter machen? Fahren. Die erste Stimme. Weiter FTL. Zwei Stimme Stimme für fahren. Gleichstand. FTL zu fahren. Wie? Was? So Snobby ist KI? Auf D1? Wie geht das? Hat er Jahr? das ist Ja, das ist das ist das ist Ja, das ist Ja, das ist Neue, FDL-Check, wäre interessant. Ja, das ist garantiert belegt. Also, wenn ich jetzt hier rausgehe und versuche, wieder FTL zu machen, das kann ich vergessen, auf D1 wieder was zu kriegen. Also, jemand von euch tut das reservieren. Ah, das ist wieder belegt. Ja, war ja klar. Berlin Sky. Sehr. Lassen wir mal unseren Sonder-Euro-City wegfahren. 1435, du hast Ausfahrt. Was soll ich machen in so Snobby und auf gleich stehen bleiben? Habe ich so mit einen schönen Feierabend? Beziehungs ausdienst. Besten Dank. Lieb bei mir rüberlaufen und stolpern auf dem Gleis Richtung SOS liegen. Ja, mach das mal jetzt so Snobby. Ich glaube, der hat richtig Spaß. 14135. 14135 abgefahren. Da sind 20 kmh wenn die Üs in der Fahrstraße liegen. Hä? Schon wieder kein I? dann dürften es 40 sein. 14135. Also dann nicht auf einen anderen Server gehen und das neue Stellwerk zeigen. Ja gut, das könnte ich dann schon machen, aber da hat nicht so viel los. Zug ist halt recht wenig Verkehr. Also macht es mal allen Damen nach oben, wenn ihr das ganz neue Stellwerk sehen wollt. Also das Travoba Konica hau mich tot, also SPK, nicht Sosnobeck Polonie irgendwas. Da kann ich gerne in das neue Stellwerk reingehen. Und ein Minus wäre im Bad 7 bleiben, so wie es der Yoshi gerade gemacht hat. Satz in der Genab Sarri in Süden Richtung Tunnel. Das wäre toll, wenn wir so was in Deutschland nur hätten zu des 7, dann bräuchten alle kein BV 12 schreiben wegen der BM. Ich meine, so oder so, ich werde nächste Woche ein Tutorial machen für das ganz relativ neue Stellwerk. Also in Oberhausen auch zum Beispiel, falls jemand kennt, das überall zu des 7. Das ist ein entspanntes Arbeiten, sag ich dir. Der Befehl 12 wegen der betrieblichen Urteilung, die da zustande gekommen ist, den kannst du ja jedes Mal sparen. Und da habt ihr da so einen kleinen Guide, wie das mit dem neuen Stellwerk funktioniert. Und ich hoffe, da wird die zweite Strecke noch frei, damit man ein bisschen Verkehr hat. Ja, der Chat ist sich erstmal einig, wir bleiben im Benzin. Schauen wir eigentlich aus. Der Flu 38, der Eiskalter ist mal wieder unterwegs, 44, 49, der Chris und der S leider hat sich 40 eingepennt. Geil. Ah, süß. Fahren wäre klasse. 39 auch der Welt. Vielen lieben Dank für den Sub. Crowdshaker 1984. Ja, das ist immer Comedy pur hier auf dem Tee selber. Was hat der eigentlich für ein Level da in Snow wirklich? 43? Okay, da ist noch ein bisschen gefahren. Aber die Uhr noch alt. Ah, 41, 40 konnte stimmen. Ja, könnte stimmen, wobei um 38 muss er bei mir sein. Da hat mich doch gerade die Chuba gekillt. Der steht ja immer noch da, der Yoshi. Aber ein Vertäter. 14 39 abfahrbereit. Ja, wir haben es verstanden. Der Kollege hat sie auch aufs falsche Gleis geschickt. Ah, stimmt, der darf jetzt die Baustelle aufräumen da drüben. Die ja da in Place war. Er hat sich noch einen Kaffee. Gut, gegen Kaffee kann man nichts sagen. Kaffee ist Gold wert. Ohne Kaffee geht gar nichts. Wobei, ich bin jetzt mit dabei auf der Mate-Tee-Schiene. Ich habe vorher schon immer wieder mal im Supermarkt einen Mate-Tee gekauft. Also in der Dose. Oder Eltoni-Mate. Und jetzt habe ich mal aus dem Teefachgeschäft so einen Mate-Tee-Set. Cool, das mit dem speziellen Becher und dem Trinkhalm und echt Mate-Tee zum selber aufbrühen. Das ist mega geil. Aber boah, Mate-Tee fetzt voll, so. Eine Tasse von Mate-Tee ist ungefähr zweimal so ein Espresso trinken auf einmal. Da wird der DZ ein bisschen hiebelig. So, was heißt mit dem Express? Ich will ja was zu tun haben. Ich glaube ich machen wir mal nehmen ach nee boah ich kann jetzt gerade nicht aufmachen das ist blöd Was ist das denn eigentlich von der Musik her? Sollen wir den mal wechseln oder passt das soweit was da im Hintergrund so vor sich hindudelt? Keine Zugmeldung Was ist da los? Ich bin auf D1 So 4140 Wie fährt man das Fenster oben links im Browser einfach aufmachen Simray.fr Ist ne eigene Community Mod Hat nix per se mit dem Spiel zu tun Ah da haben wir wieder Fahrstraschenspezialisten Spielway Fan Du meinst das mit dem Anhalten Mach das mal jetzt aus Norbeck damit der Stress hat Aber ist der nicht von mir Ist deine Idee Alter was ist los da 14 oder 30 Hat sie mit echt im Griff Der Zug 24 139 geht erneut um Einfahrt nach Sassosnovitz im Pironi Aber mittlerweile bisschen mehr als eine halbe Spannung Verspätung Das ist literally das allererste Mal dass ich eine Frau in dem Spiel höre Wir müssen erst mal das Chaos beseitigen weil der Kollege hier angescheltert Er hat nämlich hier Gegenverkehr gemacht und ich kriege den Zug jetzt nicht raus Ach Gott du fühlst mir Ja Okay Entschuldigung für die Schwörung Kein Problem Gute Fahrt Ja das ist immer weil die Leute hier immer mit Ersatz Signal arbeiten und Eingleisigen Betrieb und der kommt genau dieser Bullshit Zustand Zustand dann dann Da hat Spaß Ich glaube ja das ist das Problem was sie nicht wissen wie sie mit Nirobi umgehen die Ersatz Signal reinschicken eingleisig dann auf Nebengleise und ich habe das heute auch schon nach der Kollege dann zwei Züge überstehen gehabt auf einem Gleis ich denke Junge Sein Ernst Ich habe genau das und der 1439 steht nämlich verkehrt im Bahnhof Was keine Frau also wenn dann Entschuldigung Ja ich sage immer wenn man mit Ersatz gar nicht arbeiten kann sollte man es lassen Ach da schreit man sich in die Richtung zu fahren Ja Lüsterling Muss ich wieder aufräumen können Wer war da D1 Chaos war ja klar Nein du musst die Hallen aufräumen Ich würde mir jetzt gerade zu gern die Live Map angucken was da links von mir abgeht Aber schön dass der Chaos ist Und ich bin nicht schuld da Ich kann 1439 für Sie müsste es jeden Augenblick weiter gehen Okay ähm Nein also ähm wie gesagt das klang für mich wie eine Frau aber wenn es keine ist ähm aber ja trotzdem schön dass es 1439 Sie haben Ausfahrt Schön dass da drüben Chaos ist aber grundsätzlich ne Wenn ihr so Specials macht mit eingleisiger Betrieb Störung was auch immer macht das bitte nur dann wie ihr damit umgehen könnt und vor allem nachdem es so snobig passiert ist tut das Stellwerk wieder im normalen Zustand hinterlassen dass wieder alles normal ist und nicht in dem Chaos das ihr gerade drin habt gerade mit fehlgereiteten Zügen aber anders gereiteten Zügen wegen eurer Besonderheit also seid so nett und lasst es wieder ganz normal wie es vorher war das Ersatzsignal ist ja 13 Zugab Sari falsch gefahren sowas gehört einfach abgestraft wenn die Leute Blödsinn machen also Blödsinn machen was dann nachteilig ist dann für die Lokführer gerade wenn sie falsch geleitet werden so momentan kommt nichts erstmal Chaos vom Vorgänger entfernen alles klar ja dann ist erstmal Paus angesagt dabei heißt soll ich dir auch erstmal nichts schicken 40 6 4 1 warte mal 40 70 71 wieder drauf drauf 49 ok aber schicken kann ich alles klar also Einfahrt hast du ein ph hat der junge wenn das chaos aufgelöst ist dann hast was zu tun oder ja vermute ich nicht wenn sie dann alle hintereinander kommen dann werden sie eh gerade durch geschlägt höchstens dass ich dann halt mal irgendeinen zug auf die seite nehmen ja wobei das kann ich nicht mal weil die personenzüge die müssen alle bei der plattform müssen die alle hintereinander fahren nur güterzüge kann ich auf die seite nehmen 34 minuten nee bist du aber selber schuld immer diese medizinischen notfälle hier aha ausfahrt und was warte mal ein anderer fahrplan gucken ja mal gucken was da als nächstes von der linken seite kommt 40 190 der eiskalte hält hier abfahrt um 45 24 39 mit wie viel verspittung muss ich jetzt rechnen um meine beise 24 21 29 noch eine lock vorhin dann können sie los ich danke ich ich schätze mal 12 13 plus minus bin total schlecht so was so was nö finde ich jetzt auch nicht dass die EP so laut ist ich meine wenn du wissen was laut ist dann setze ich mal den lord miller rein das ist laut oder so ein alt bestaubsauger so die 1144 von der ÖBW die dröhnen richtig schön zu 14 39 es geht sofort weiter verstanden ist er 40 190 und ist der 40 61 24 139 sie können die bremsenlosen grüte fahrt vielen dank freu geschichte noch danke ebenfalls wenn du nicht beim stream gucken willst ja ok du musst einfach das spiel leise machen 190 um 45 abfahrt der hat schon mal verspätung und da 641 abfahrt um 49 der ist noch on time dann warten bis beide angehalten haben und kriegen sie fahrt ganz ganz vier kilometer entfernt die güteschleuder sollt bei mir 22 25 erst abfahren der funk klang fast schon nach nach rolle play was 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 auch so lust auf das spiel kannst man beim besten film nicht leisten aber dann schau dass du irgendwie darauf hin sparst weil das ist wirklich ein schönes spiel und ich melden dankeschön ja das nächste halbe jahr kann ich mir erst nichts mehr leisten klingt aber nicht allzu schön es ist nur weg 6 4 1 und schuss da kommt die güteschleuder 6 4 0 4 8 ah tubokiebel die alten jen brauchen wir hier drin mal das wird spaß machen einmal da runter bitte also falscher knopf noch mal eins nach unten nur für alle fälle und du hast ausgefahren ah moment das das signal dann das signal hello dank schön main seien das aber ein bisschen dunkel im zu wo ist die fahrgastraumbeleuchtung soll den teelichter mitnehmen besparen er ist ein nachtzug ah alles klar bei mir ist wirklich dunkel da sehe ich gar kein licht ich habe jetzt das licht ausgegangen er ist immer noch dunkel wenn man will schlafen okay hä warum hab ich jetzt schicken können da machen wir so 40 1 9 0 und tschüss so günterschleuder 644 048 das eingreisige betrieb ähm der leben wir nicht auf den D1 selber könnte wenn so späße machen mit SPL drin aber eingleisig ist jetzt hier echt ein bisschen arschig an der stelle so ein arsch will ich jetzt mal nicht sein bestimmt verlierte scheiben hat er stimmt das wäre ja auch noch eine option verlierte scheiben so der VIP zu ok 25 nach könnte man den vorher noch mal schicken ja 41 140 wäre halt noch auf dem Plan ach ne war mit einmal 1440 14 13 7 ja eigentlich könnte man den Güterzug gerade schon mal wegschicken da wird man kann ich mal was blockieren fragt man das Nachbarstellwerk ja ja hallo beziehend da äh kürze Frage der 464048 jetzt bei mir gerade ankommt der ist viel zu früh kann ich dir den schon mal schicken weil der 137er und der 140er die kommen erst später dürfte es eigentlich kaum Verspätung geben ja kannst du schon schicken dann ist eh ruhig alles klar schicke ich dir besten dank ja ok bis dann ciao gut da schickt man den schon mal weg 6440 048 du hast ausfahrt jawohl danke dir ah ist bei Bremsen lösen das ist so komisch dass es auf DE1 so ruhig ist im Chat momentan also was im Chat im Voice das bin ich gar nicht gewohnt also mein Mikro aus 460 40 48 an die bei in der lauter vor oder willkommen yeah spricht jemand boah das ausfahrt komm fahr los 64 40 48 einmal zurück stellen hier jetzt höre ich sorry ja das gut ja wie schnell bist du bei mir wo fair ist sie wohl fast eingeschlafen ja ich guck halt der S-Bahn hinterher ich glaube eher die wollen einfach nicht im stream zu hören zu sein aber ich weiß schon da kommt dann der hinterher also ich versuche dran zu bleiben ich hätte gerade irgendwie Lust auf den Flash auf die 1 im Voice Chat kann man jemals kurz alle Daumen nach oben im Chat machen wir auf dem DE1 Server ist einfach um zu gucken wie viele Leute da sind die den Streamer angucken 14 13 37 mal kurz gucken der durch fahren aber hoch kann ich kein Emotion geben alles plus 1 da sind schon ein paar ich muss ganz kurz muten bin gleich wieder bei euch so da bin nicht wieder ein für den kollegen was kostet deine sim rail gute frage schauen wir gerade auf der shop seite in der schweiz sind es 38 franken 99 beziehungsweise 49 euro ah nicht 49 39 euro so 40 euro auf grund vermutlich so zum flash mob das wird eher ganz was einfaches aber glaube ich wäre witzig wenn wir gleich mal alle hier auf die 1 server verwirren ich schette gerne das wenn ich dann runter zähle alle euer mikrofon an macht 64 48 du fährst jetzt weiter bis zack gewits auf dem gegengleis das dann hätte ich gerne dass ihr alle mal so richtig schön line power reinschreit in den funkanal wenn ich runter gezählt habe das wäre witzig ja doch einmal line power auf die 1 server in den stream wird es dann vermutlich versetzt sein aber ich werde im stream runter zählen und wie ich dann einfach null hört einfach drauf los gehen jetzt warte ich noch auf den hier 1 3 7 der kann gerade durch fahren sehe ich gerade sehr 14 1 3 7 abgefahren das ist der voll gleich es ist gelungen sie sind quanger wunderbar ok liebe Leute los geht's also wenn ich auf null bin alle mal in den voice auf DE1 line power reinschreiten oder je nachdem also 10 9 8 7 6 5 4 3 12 1 go ich höre kein line power was los da also entweder sind sie gerade alle nicht in der reichweite oder keiner hat es gemacht ah schade ich hätte jetzt gerne irgendwie so ein line power gebiet gehört wo ist chat ja gut dann ist wenigstens auf uns selber verteilt wie lange machst du noch denkt man schon so eine halbe stunde stunde plus minus oh wisst du was auch mal witzig wäre so ein community radio stop alle müssen sofort den zug anhalten und dann wieder weiter fahren oh mein gott ich glaube damit müsste ich echt aufpassen mit größerer reichweite wenn ich dann meine ganzen DE1 zum anhalten bringen la CLC für 42 1 42 ich einfarte bei dir bzw. bist du überhaupt nicht zuständig gerade Sifa Zwangsbremsung Sifa Zwangsbremsung wie wir kommen mit dir alle auf die Einzwerber den Zug sofort anhalten weiß Bescheid jetzt ist soweit einmal Zwangsbremsung dann kann Larry jetzt durchaus zuständig sein nicht bezüglich aus dem Hauptglas wenn ihr angehalten habt dann dürft ihr auch wieder weiter fahren aber Zwangsbremsung muss sein zum Beispiel wenn das eine Hauptgleis belegt ist fragt er für andere Züge an ob er auf einen anderen Gleis fahren kann oder man wartet bis das Hauptgleis frei ist dann schickt die K.I. automatisch wieder was wenn du jetzt durch den Funk sagst spende ich also was genau Community Zwangshalt oder was warte mal wer jetzt geschrieben 41 140 weißt das ah der fährt hier durch da bei Bananen war es wird noch viel mehr spaß machen wenn in der region die ganzen leute sind dann erstmal alles zum stoppen kommt ist 43 und Dapo war nicht zwar Dapo war nicht So, du meinst nicht? Ich wollte fragen, ob der Gitterzug ist im Gegengleis fährt oder nicht, weil dann dauert es ja noch kurz, bis ich erfordere. Ja, der fährt jetzt auf dem Gegengleis, da müsste ich gleich da sein. Ja, gleich, ja gut, dann dauert es noch. Ich gebe alles. An dir liegt es nicht. Ah, diese beschissenen Flugzeuge bei mir, die nerven total. Aber Gott sei Dank bin ich im April in der neuen Bude. Dann habe ich das Problem nicht mehr. Vielen lieben Dank für den Follow, Andy. Mal sehen, wer die KI vorschickt. Pendolino kommt ja noch ganz hinten. Mal gucken. Einzige, was ich im Prinzip ein bisschen blöd finde, ist, dass man, wenn man jetzt von der rechten Seite kommt, dass man, ah nein, Moment, wenn man von der linken Seite kommt, so, dass man da nicht auf den Perons rauffahren kann. Ich stehe ganz vorne. Kann sein, dass du nebenher fährst. Mal gucken, wer denn zuerst raus darf. Das finde ich nämlich strategisch echt doof. Ich meine, hier hast du hier die Doppelausweiche, aber auf der Seite halt nicht. Das ist echt ein Bottleneck im Bezin, wenn es hier eine Störung hat. Tatsächlich, ja, das will, dass auch ein Nebenglas in der Kaffee installiert wird. Ach, die haben Budget, die Leute hier. Wie schaut es aus? Ja, ziemlich überschaubar von dem, was da noch alles kommen wird. Wann ist 40643 bei mir? Schauen wir mal. 49643 bei mir. Um 22 an 49. Theoretisch. Das dauert doch ein bisschen. Schön, dass Simrail FR schon meint, dass der 40er schon abgefahren ist. Ich finde ich aber nicht so echt recht langweilig. Vor allem, weil man keine Überholung machen kann. Deshalb spiele ich gerne Sossen und Bezin. Ja, da bin ich bei dir. Oder zervier sie. Ist auch noch recht spannend. Kann man noch ein bisschen Blödsinn machen. So wie im letzten Stream. Aber da, wo du jetzt gerade bist, das ist wirklich nur doof von links nach rechts und rechts nach links schicken. Es gibt ein paar Probleme. Es gibt ein paar Probleme. Probleme mit was? Da, Krebsneinzug. Das ist ja auf dem Gleis gerade ein bisschen dämlich, wenn sie da anhalten. Wann steht ihr denn hier in Sapkowitsch? Ihr sollt auf bestimmten Fahrt nicht so... ... mit der Bromber Gornica, oder? Wann so snobig? Könnt die Leute da nicht aufs andere Gleis ausweichen? Ich stehe noch ein paar Minuten rum. Alter, wir stehen hier noch. Scheiße. Na ja, hier steht 3,4,7 und wir stehen hier noch zu großem Gegenteil. Und du fährst den Dritt. Put your souvenir. So, hier stehen Dabrova, Garnitza, Sapkowitsche. Ah, Kupplungsstörung. Möchtest du das auch im Voice-Chat sagen, damit alle Bescheid wissen? Oh, sein FDL legt wieder den ganzen Server-Alarm, weil er meint, nur ein Gleis zu haben. Das war nicht meine Entscheidung. Äh... Guten Tag. Die sollten hier gar nicht sein, sie sollten eigentlich... Seit wann haben die Spieler ein Handy? Okay. Ja, kreativ. Äh... Jetzt müssen wir zur Snobby... Wanner... Wanner4014.0, bitte melden. Wanner4014.0, bitte melden. Ja, ich höre. Wie ist der Status von dir? So, wir haben hier gerade ein kleines Problem. Also ich bin fünf Minuten nochmal los. Ich habe hier gerade ein kleines Problem mit dem Zug. Alles klar, bitte melden, wenn wir hoffen. Ja, bitte. Ja, hallo P-Zinn hier. Hi. Wenn du Personenzüge wegschickst, die bei mir halten müssen, dann müsstest du das mal eingreisig Betrieb machen lassen. Ich muss das dann halt von alleine irgendwann machen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. So, was wolltest du sagen? Ja, als wir der Personenzüge hast, den Halt bei mir haben, dann müssen wir eingreisig machen, weil bei mir Plot vom 1-Gleis-2 gesperrt ist. Spinnen-Party. Äh, schlecht. Das ist echt schlecht. Ja, das finde ich allerdings auch. Kriege ich jetzt nicht hin. Kriege ich jetzt hin. Ansonsten müsstest du den Züge sagen, dass der Halt bei mir ausfällt, weil dann musst du sie umleiten. Ja, oder so, ja. Ich schick's in mir ganz normal. Ich guck, wo ich damit hingehe. Ja, nee, also, nee, nee. Das sind die Züge von dir zu mir. Also, bei mir fällt dann der Halt erst mal aus. Alles klar, okay. Dann weiß ich Bescheid. Alles klar. Gut, wir stehen. Tschö. Kannst du vielleicht irgendwie, ähm, die Blöcke, äh, beigeben, beziehungsweise mit einem SZ? Ah, spaßig. Der 42, 192. Hörer. Ihnen kommt noch der Gegenzug, ähm, und dann geht es sofort weiter. Alles klar. Hey, Jungs, wir spielen mal hier. Schärne, schreie ich mal Kieler. Und wer als erstes gewinnt, der fährt los. 4692, bitte bei Beziehen melden. Das wäre doch was. 4692, hört. All dem Beziehen fällt aus, weil das Gleis blockiert ist durch einen defekten Zug. Kannst du das letzte noch einmal kurz wiederholen? Das kam nicht ganz so ab. Der Halt im Beziehen fällt aus, nachdem das Gleis belegt ist. Du wirst rumherum geleitet. Jawohl, ist es verstanden. Halter entfällt wie ein Schrottsuch. Geht rumherum. Ah, spaßig. Genau deswegen habe ich auf dem Gleis gemacht. Ja, eben. Also auf dem Gleis 1 ist es wesentlich praktischer. Da kann man besser umleiten. Aber Gleis 2 ist voll für den Arsch. Weil ich einfach hier nicht umleiten kann. Vielen lieben Dank, weil Jungu oder auch nicht gesagt hat. Weil in Udo haben sie gesagt, nimmt einen Zug, haben sie gesagt. Von zwei Stunden Verschwörung hat es keiner was gesagt. Da hat jemand Spaß mit Verschwörung. Das ist jetzt gar nicht verfolgt. Was läuft denn da hinten ab? Die Tugelfel sind um 22, 22 da. Ja, ist doch mal gasgebender. Also bitte nicht wohnen da vorne. Wir haben hier ein dezentes Rückschauproblem. Geil. Also auf DE1 das ist immer Chaos. Nice. Trapova-KI steht voll. Ja, läuft. Ich habe auf diesem Gesetzbuch steht drin, ab sechs Tücher ist es Bandenbildung. Auch schon wie alle sind auf 6, 6, 9, 2, wie ich vorankomme, wenn es ihm die Freigabe nicht gibt. Also haben wir schon eine Bande. Ja, blöd für die Passagiere. Die müssen halt dann hier aussteigen in der nächsten Station. So in zwei Kilometer Entfernung. Aber das könnte auch weiter sein. 42 als 44 für Katowice Savonje. Das ist das erste Mal, dass ich es erlebe, dass hier alle Vorsignale auf grünen sind. Ich dank dir. Kein Problem. Also es gibt noch Tage, das funktioniert dann mal. Aber freut mich nicht zu früh. Da braucht man gar nichts gerade. Das ist mir fröhlich egal. Kannst du vielleicht irgendwelche Züge mit dem Sonnensal noch schicken? Ach stimmt, 42. Ja, Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Es ist wenigstens im Chat wieder was los. Ja, danke. Und jede gute Fahrt noch. Ciao. Okay, Fahrplan. Ja, du kannst ein Ersatzsignal über sowas rübergehen. Da musst du sicher sein, dass die Fahrstraße sitzt. Da kannst du die Züge einfach rüberschieben. Ja, wenn du spart... Oh, der Yoshi. Mit 43 kommt er noch. Was? Wo steht das bei... Hä? Wo steht das bei Stellwerk? Versteh den Satz gerade nicht. Was meinst du? Ja, okay. Lektion gelernt. Schicke mir einen Zug auf den Link gleich, wenn das nach der Stellwerk ein Bot ist. Ach, das ist ein so Snowik-Poly- irgendwas. Also, da links von uns. Äh, du schon wieder. Gehst du hier raus, bitte? Danke. Nicht deinen zuständigen Heizbereich. Ja, komm mal nach. Vielleicht kannst du ja gleich wieder connecten oder so. Luca, du musst dir einfach gleich ein Züge, der hier auch im Stau steht. Dann musst du gleich dabei, was passiert. das Zwei-Stelle-Weg. Naja, es gibt ja so Snowik, äh, Hamelstod, das, was jetzt besetzt ist. Aufgehen, dann gleich wieder auf die Pfandschlag im Übersicht und am Abend das Lazy wieder auf. Und links unten das Snowik-Poly- irgendwas, äh, mit dem zwei Bahnsteigen und zwei Eingleisigen Richtung Kabel-Witze und zu Snowik und auf die Nebenstrecke. Problem wurde behoben? Oh, geil. Bin ein freies Gleis. Ruhige Schicht, Hoppen. Bin nicht so viel vorbelast wie wir hier. Ja. Moment einmal. Da steht jetzt der 40-692 gerade davon. Ich kann dich nicht mal wegstecken. Passt zum Wochenende. Ich stand gestern 60 Minuten vor Prollnock, weil da ein Spaßvogel alles angestarrt hat. Oh, mach den Block frei. Sag mal, bei dir ist eigentlich auch alles dunkel. Komplette Nachtfahrt hier. Mittlerweile sind wir acht Züge hier im Stau. Ich hüpfe einfach unter frischen Luft. Ich würde mal kurz warten, ob es mit der KI in Lazy dann irgendwie geht, dass die Richtungswahl wieder funktioniert und wenn das immer noch blockiert, dann versuche ich, vielleicht auch mal zurückzusetzen. also ein kleiner Tipp, das hat schon bei Katowice funktioniert. Erstmal so 500 Meter oder so zurückfahren und dann Vorbilder zum Signal mit ZTB3 hämmern. Jetzt rechnen wir Lazy weiter. Sommerjung, Abfahrt! Und moin Lev, Steiner und Waldtunkel. Schöne Mitfahrt! Oh, schade. Jetzt, Troll. Wird Lazy gott blockiert? Oh, der licht was süßes. Aber in Zapcovit ist doch noch ein Fleisch frei. Warum schickt die KI nicht den Zug auf das Fleisch? Tja, wenn wir das wüssten. 42, 1, 44. Er hört. weiß, wie es in der KI ist. Der Abschnitt vor Ihnen ist noch durch einen Kollegen belegt. Danach geht es sofort weiter. So verstanden. Du, Bruno, meine kleine Frage, wirst du von mir die Mellorien überhaupt haben oder siehst du es eh durch den Stream? Schau mal. Und Latter wechsel in Lazy und schon läuft der Lachs. So, jetzt habe ich Einfahrt. Das können es gleich wieder gehen. Da klingt nichts. Wird es ihn hört? Ja. Was hattest du gerade gesagt? Ich wollte fragen, ob du die Zugmeldungen haben willst oder ob das eh siehst durch den Stream. Achso, ich habe auch dieses neue Ding da an, aber nicht süß. Also schnitt es nicht unbedingt. Ja, alles klar, dann schicke es auch nicht. Ja, danke. Also, bis dahin. Gute Geschichte. Schon aufgeregt. Zähle ich, dass 644 048 im Gegengleis steht? Äh. Kein Plan. Einen schönen Abend. Viel Spaß noch. Dankeschön. Schönen Abend. Also, wo soll der sein? Der 48er? Ah, jetzt müsste es gehen, oder? Ich hoffe es. Oh, Moment mal, man muss jetzt echt mal die Map aufmachen. Ich bin nochmal zu einem 50, wieder Kassel 3. Mal gucken, ich stehe ganz wund, ich glaube, ich war zuerst aus. Was? Ja. Er konnte ja auf dem Gegengleis stehen. Was haben die gemacht? Was habe ich? Er ist schlecht. Wie fährst du nach dem Nachbarschellwerk B10? Du kommst bei ihm gar nicht lang. Du fährst über KI-Stellwerke 471. Oh, ich hätte jetzt so gerne Cam da hinten. Ich würde gerne wissen, was da abgeht. 43, 1, 92. Habt doch die SPL ist jetzt erstmal dicht. Du hast also er hat nur den Haltepunkt. Geil. Ja, er hat nur den Haltepunkt da vor Gondiza an sich. Ist schon Einzug nach da vor Gondiza überhaupt losgefahren, also von Zaprowitsch? Ja, kann gleich. Erst der Güterzo fährt gerade einen neben mir und danach denke ich mal kriege ich das Fahrrad. Ah, der Fahrplan Open links ist simrail.fr Ist eine eigene Website. Was gerade gepunkt hat, würde ich nochmal den Funkspruch wiederholen. Soll ich mal bei Travoren nachfragen was da die Sachlage ist? Da kommt der weg klar. Ich meine SPL wäre gerade wieder leer. Wie jemand der auf DC streamen kann? Was ist da hier? Das ist jemand der keine Ahnung von dem Spiel hat. Warum ruft man über das Telefon Leute an, wenn ich direkt quatschen kann? Normalerweise nutzt du den normalen Funk nur dann, wenn du mit dem Lock füller irgendwas quatschen musst. Und mit den anderen FDS sprichst du halt wenn du zum Beispiel sagst, du bist ein Schub verfrüht wegschicken oder mit Verspätung und dann kannst du mit dem direkt quatschen ohne dass du die Fahrradarbeit stehst es ist ja nicht alles über den öffentlichen Funk alles machen da wo war die kris schon angefangen die richtung in dapu war es kein bot eine Frage warum hat das signal hier freier fahrt für das kleid kein Zug steht dann wird uns bestimmt jetzt einer von hinten überholen ich sage also mal kurz die Frage wo ist jetzt gerade der getrock also wo staut es jetzt es staut zwischen lazy und dapu aber nicht sapkowice die 1 3 1 was sie anfahren sind da propagand ist also g9 ist besetzt die 11 ist frei und das andere signal ja jetzt die richtung wieder anfangen auf dem weg gleich ist der nicht da 42 144 ich würde sie auf ersatz signal fahren lassen und auf sicht vielleicht können sie da irgendwas sehen vorsicht bitte ja auf sicht bis zum ex bahnhof ist man kann einfach nicht jede stelle berg kommentan besetzen das kommt noch von daher wenn die KI momentan in Stellwerken blödsinn macht oder einfach nicht damit klarkommt dann ist halt so deswegen mit unter die neu start damit sich die sachen wieder zurücksetzen weil die KI einfach nicht so auf der höhe ist äh guckt jemand die live map ja ich mach sie mal auf einen anderen browser mal schauen simrae punkt dfr live map de 1 gridlock oh cool das ist immer ein mega gridlock da oben alles klar ja so geht da vermutlich erst mal nichts weiter es ist natürlich echt schlecht dass wahrscheinlich die beiden richtungsbleibe zwischen Dabrova und uns wahrscheinlich beide Richtung Saktovic zeigen ja aber Lazy ist das auch nicht schuld dran weil so schnell ist ja noch ein Stellwerk wenn ich das richtig sehe ne doch nicht ah da ist da noch oh ja da ist jetzt gerade mega gridlock krass da ist gerade einiges los da werden wahrscheinlich die beiden richtungsbleibe richtung Saktovic ist doch mit der fall gar nicht schuld das ganze chaos hat der ftl gott nitza ausgelöst weil ihm langweilig war und ein gezählt ins gegenseit geschickt hat ok sag mal wo hattest du nicht vor kurz mein Video zum neuen stellwerk an youtube hochgeladen wenn ja wird gelöscht find nix mehr also das ganz neue stellen berg das ganze neue stellwerk habe ich nur im stream mehr kurz gezeigt ich habe kein deliziertes Video dazu gemacht ja kupferdiebe wäre ja nicht so schlimm dann würde ich mir das reparieren wie gesagt zu dem ganz neuen stellwerk vom kanal seine 42 1 92 wahrscheinlich im 5 stellwerk nummer 14 da mache ich noch mal das Video dazu das haben wir noch im stream ganz kurz angeschaut gehabt und da war nicht lange drin und gibt auch noch mein guideline dazu das wird so die Vorstellung mit Guide sein weil gerade das nachblocken speziell ist und wenn man das nicht richtig macht dann ist der SPL im Arsch und dann kannst du halt nur mit SZ die Züge weiterschicken ja jetzt wird es langweilig wenn da nichts mehr funktioniert das das meine Karte ein bisschen offen mal schauen ob ich sehe ob sich da irgendwas bewegt aber da oben stehen jetzt 1 2 3 4 5 6 7 Züge in der Station SZ ich habe mich mal ganz schlecht hier auf den funkkanal geschlichen obwohl ich eigentlich noch in einem anderen netz bin ich stehe hier in Sosnovic das Ding vor Sosnovic Lonely das Gegengestück zu Sosnovic äh Glovie was zur Hölle ist hier los ich stehe hier in der Ewigkeit der 42 1 92 steht auch rechts neben mir und hat kein grünes signal hat gar nichts ich stehe jetzt auch hier ich auch keine Ahnung also ich stehe euch ja entgegen meines wissens nach ja genau das würde ich auch sagen alter Stau oder was ist was da los bei uns ist kein Signal auf Fahrt hat irgendjemand in der Bova ein grünes oder oranges Signal oder alle rot alle rot also perfekt in Sosnovic wird ich genauso also in Sosnovic in Sosnovic dann Kofka also da wo ich gerade stehe hat irgendein Zug Durchfahrt und Ausrichtung Katowits der Umgehungsbahn also vielleicht blockiert da ein Güterzug gerade alles also Zabkowits hat mir jetzt auch noch keinen Anfall geschickt zum äh Umstellen der Richtung aber das äh die Richtung im Gegengleis kannst du doch wieder rausnehmen Leine Zustimmung kannst du doch selber wieder wegnehmen dass da zumindest der Pfeil ausgekaut wäre das müsste doch funktionieren ich meine Polen muss erst der die Richtung freigeben zu dem er zeigt was er die KI wäre ja das ist wohl wahr bin mir nicht sicher ob das funktioniert ist auf jeden Fall scheiß Problem 42 1 44 äh der Zug steht da ja äh verstellt das war wohl das ausschlaggebende und die KI wollte dann und da und da die Züge dran vorbeischicken und jetzt dreht sie die Gleise nicht mehr um so wie es aussieht also ich krieg hier noch nicht mal anfragen für den Richtungswechsel nix ja ich hab die Live Map ein bisschen im Auge stehen ja anscheinend zwei Züge in dieselbe Richtung in Sostromic Polonely also für mich ist da eigentlich gar kein Platz genau hallo das Problem ist schon mal manchmal stehen sich drei Züge also stehen drei Züge nebeneinander und der äh andere der steht im Knick den anderen gegenüber also ja meiner fährt ja der 44 40 64 weiß nicht was der vorhat also ähm der dieses dass sich Züge anschauen passiert aber eigentlich nur in meinem Richtung Sostromic weil da dann der Fahrdienstleister also der Spieler Fahrdienstleiter Sostromic macht aber vom Licht ist jetzt ein bisschen weniger aber ich hab halt irgendein Zug Durchfahrt und ich geh davon ja wahrscheinlich der Regionalzug denn ne also es ist auch sogar Zug Richtung ja Leute irgendein Zug hat in meinem Fahrdienstleister durchfahrt und ich denke deswegen kann ich nicht in alte Richtung ich stehe nicht an dem nächstgelegen Gleis ich muss einmal die komplette Strecke die kompletten durchgehenden Hauptgleise kreuzen und ihr kommt wahrscheinlich nicht aufs normale Legegleis wo die KI euch hinschicken will die warte ist dass dieses KI-Stellwerp was dann noch in der Mitte nicht freigeschaltet ist manchmal hier wirklich so ein Terz veranstaltet du kannst ja nur bis zum Neustart also ich glaube jetzt kann es weiter gehen weil jetzt hat mir der Zapowice eine Anfrage geschickt das geht doch weiter aber das ist wirklich gut das Ding hat macht nur Probleme auch wenn du ja bei der Stau ist es gerade ganz woanders das aber ja das Ding scheiße genau das was da oben auch ist bei Kanovka da oben das Stellwerk wenn der Bot da drin ist ne das vergessen ich mach mal ganz kurz das Spiel muten sonst kann ich nicht reden ähm ja also eben Sosnovic Polly das kommt ja dann unten als Spielerstellwerk raus das werden sie aber halt total verkacken das sehe ich jetzt schon die Spieler äh dass sie das mit der Meldung natürlich machen da gibt's Gridlock 100%ig spät drauf äh werden wir dann auf DE1 beobachten wobei wenn's halt Gridlock hat dann kann man's halt wenigstens so irgendwie beheben wenn der FTL halt noch halbwegs fähig ist aber zum Beispiel da jetzt in Traboba da oben dieses Kreuzungsstellwerk wo es jetzt gerade staut wäre natürlich auch ganz gut wenn man das dann besetzen könnte damit man halt auch da ein bisschen gegenwirken kann es macht halt mehr Sinn dass wenn man halt Stellwerke kombiniert wo Spieler rein können die halt Nachbarstellwerke haben und nicht wo die KI dazwischen ist so ich mach mal das Spiel wieder an dann haben wir wieder einen Chat in die Richtung Personensuchstrecke ja die wir graben Sub-Covid so ein Fertlöch ab boah das haben wir gerade richtig verspätet wenn wir gecrossert ganz schön ja das wird jetzt witzig mit Verspätung der schickt jetzt gerade alle hintereinander her ähm bitte was? neben mir ist gerade eine S-Bahn neben mir ist gerade eine S-Bahn neben mir ist gerade eine S-Bahn ich bin Holi gefahren das mechanische das ist besser das Norweg-Polli haben ich tot habe ich gesagt das ist noch nicht öffentlich also ihr bekommt eine Gesellschaft so irgendwo noch ein Gleis frei ist jetzt sie ihn hört Servus also ich schick dir jetzt dafür scheinlich ein bisschen mehr zu gehen ich kenn die Gleise wie im Krieger nicht also ein Gleis ist noch frei was schickst du mir? ich schick dir jetzt ein paar die ganzen Flüge da und alles muss ich gestaut haben ja das klar steck einfach mal durch es sind drei Gleise da davon nur zwei im Bahnsteig und andere die wir durch wollen haben nen Halt äh was haben wir hier 41, 42 das ganz recht wenn das noch machst dann passt das der wird noch im Funknetz im Funkkanal 5 stecken weil du erst am Ausfahrt Sosnovic-Polloni in Richtung Sosnovic-Glowly ähm die Umstellung der Funknetze hast ich habe mich einfach nur hier reingeschummelt indem ich einfach manuell den Funkkanal gewechselt habe die Tue ich stehe ja auch in Sosnovic-Polloni und wir eigentlich in 5 aber hier ist witziger das wird die Situation wie sie dann immer ist aber Leute hat meine Kanal soweit frei für die ganzen Mahnzug-Sachen 6.4.5.0.1.0.1.0 Ich lasse Kanal 1 setzen Ok Das boah echt schlau auf Kanal 1 setzen weil die anderen nicht nervt cool Daumen nach oben Freut mich. Ne, schlaue Entscheidung. Dann könnt ihr da auf dem anderen Kanal erstmal ein bisschen rumchatten, ohne dass man den Hauptkanal nervt. Da mal nach oben. So, ciao Kollege. Bei dir ist auch alles dunkel. Aber FTLs können nicht wechseln. Ja, deswegen muss halt FTL halt sagen, die sollen halt die Klappe halten. Oder halt wechseln. Eins von beiden. Ich meine, ich verstehe es ja schon, dass man sich da austauschen will. Aber als FTL wird es dann halt irgendwann nervisch, wenn man dann halt sonst überhaupt nichts mehr hört. Oder sich mit den eigentlichen Zügen, mit denen man wirklich reden muss, bei denen man unterhalten kann. Ich konnte, das ist die erste Ausgabe, in so fast am Ende das Spiel abgeschafft. Hä, was? Ich verstehe den Satz nicht ganz. meinen Discord. Ja, das kann ich gerne machen. Äh, Moment. So, bitteschön. Habe einfach direkt Ausfahrt bei der Problemstelle bekommen. VIP-Service. Ja, machen wir mal die Live-Map auf. Äh, da oben ist immer noch Gridlock, aber es bewegt sich ein bisschen was. Oh, der Josch kommt wieder. Mal schauen, wer eine Störung hat. Störung Betriebsablauf. Sehr, was macht der Fahrplan? Dann, dann Minuten Verspätung, 17 Minuten Verspätung, 12 Minuten Verspätung. Läuft. Alles mit Verspätung. Personalwechselmangel. Oh, das ist teilweise so knallhart, wenn ich das bei der DB lees. Ja, Zeit abgelaufen. Personalmangel. Der nächste Lokführer kommt nicht. Ja, bleibt der Zug einfach mal knallhart stehen. Gute gestern, 72 Minuten Verspätung. Uh, 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 uh. Ich glaube, mein Rekord in TD2 war noch irgendwas mit 60 oder 80 Minuten, irgendwas in dem Zeitraum. Da wurde ich einmal fehlgeleitet, musste wieder zurücksetzen, da konnte ich nicht weiterfahren. Mega Chaos. Oh, und ich habe das leider da bis nicht aufgenommen. Das war so ein Fest mit dem Express. Weiß nicht, wie blöd. Ich war im Stellwerk so Snorweg voller Snorweg drin, da ist nichts Mechanisches oder, verstehe ich nicht, hätten wir ja auch noch vorbei. Das Stellwerk ist noch gar nicht öffentlich. Also, da siehst du auch gar nichts. Aha, Ausfahrt. Was kommt da? Höchstens der 40,192. Foto geklaut. Punktjet ist down. Yes! Maximale Ruhe! 40,6,4,3. Was ist denn das? 40,6,4,3. Ah, der bleibt hier stehen. Da, Yoshi. Ja, dann kriegt er die Ausfahrt, sobald er angehalten hat. Also, wie schwach muss das selber sein, dass hier der Funkjet down geht? Ich meine, so viel mehr Ressourcen als mit Whispy kann es ja gar nicht sein, dass man das braucht. Warte mal, 40,6,4,3. Warum steht der? Soll ich da den Fahrplan? 40,6,4,3. Ach, das ist eine S-Bahn. Ja, okay. Der steht da hinten. Das war dem selber einfach zu viel gebabbeln. Aber so, ja, nee, also, so, das war zu viel, jetzt, jetzt, schalten wir ab. So, 40,192 kommt. Vielen lieben Dank für den Zap. So. Ich habe mein Discord geswimt. So, auch ein Ball. Ah, ich sehe. ja, aber Chaos, für das ich nicht verantwortlich bin. Ausnahmsweise. Wie sind wir selber aufgebaut? Wir haben manchmal so eine 12-Stunden-Farbe nicht durchgespielt und danach gibt es einen Reset oder läuft der komplett durch und es werden immer neue Züge generiert. Also, das ist ein 24-Stunden-Fahrplan nach Rianen-Vorbild, soweit ich das weiß. Und da kannst du dann halt, also, so wie die Züge halt von links oder rechts halt anfangen, sparen die halt rein und dann kannst du die halt fahren. und eventuell irgendwann mal Custom-Fahrpläne. Irgendwann mal. Und ja, eben, alle 6 Stunden das Server-Reset meine KI-Mansch mit Gridlock macht, aber es geht dann trotzdem weiter mit dem Fahrplan. Moin, Master Xehanos. So, da kommt der, der Kiebel. Was zu sehen hier. Hoffentlich Betrieb nach Vorschrift. Ja, weitestgehend. Hahaha. Poppesbude wäre nicht schlecht. Oh ja, mit Langusch. Boah, wie geil wäre das mal wieder Langusch futtern. Geht das jemand von euch? Ich feier das voll. So richtig gutes Langusch. Der, da steht er. Und der, komm, äh, der Yoshi kommt nicht. Der steht hier noch da hinten. In weiter Ferne. So, schauen wir mal. 40, äh, 40, 1, 9, 2, 44. Ist verspätet. Bin hier sowieso komplett falsch. Da müssen wir hin mit dem Fahrplan. Selberkraftzug immer auf Halt fahren lassen. Mache ich immer, wenn es geht. Da wurde ich letztens, das fand ich echt mega witzig, äh, das war eh heut, ja, so heut war das, in TD2 drüber gelobt, dass ich jemanden auf Halt fahren habe lassen. Und da meinte er so, boah, das finde ich mega cool, dass du mich auf Halt fahren lassen hast, weil ansonsten kriege ich immer durchfahrt. Und war da voll schön, dass es nach Vorschrift gegangen ist. Weil ich dachte, äh, okay, sollt eigentlich jeder machen. Yeah, von Althaus, Langusch, mega geil. Ich will mehr Langusch-Booten haben. Okay. 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 Und die Güterschleuder fahrt jemand, der heißt Onkel Lex Strich Twitch. haben wir da recht Twitch-Seption hier. Ja, Asphalt. Das war schon, da war lange da. Hey, ich glaube, er ist wieder an. Kurz testen. Er reagiert wieder. Also zurück mit deiner MPH und das war schon zu dem Signal immer auf Halt fahren. Grüße an Twitch. Ah, Hashtag Google. Schön. Heute nicht auf Sendung. Hä? Ja, wenn du bist es. Wer ist denn Berlin Sky? Es geht weiter. Ich kenn den. Fahr los. Echt? Muss ich den kennen? Wie ging das nochmal mit diesem Zug fahren? Wir haben es schon lange nicht mehr gemacht. Geil. Einfach Gas geben, Bremsen brauchst du nicht. Ich hoffe, die Überstunden werden bezahlt. Sehr. Einfahrt. Ich würde es jetzt gerne die Gedanken von Berlin Sky haben. Das war nur ein Zug, der hier nach links weg geht. Oh, richtig. Äh, ja, geht das leider. Der soll erst um 23.25 wegdüsen. Kann man den vorher wegschicken? Der Yoshi ist jetzt gerade am Wegfahren. Der nächste von uns aus Norwegen um 23.00 5. Das müsste sich eigentlich ausgehen. Au. Au. Ich glaube, wir fragen mal an für den 50er. Dann kannst du die Musik bei mir ausmachen. An was liegt es denn? Ich habe keine Äußerung. Ja, hallo, bitte sind da. Kurze Frage, der 50er Güterzug, der ist von mir jetzt schon da. Kann ich den schon mal schicken? Ja, ich kriege ja nichts von Zappelwitze. Von daher halt. Naja, alles klar. Dann kommt er gerade. Besten Dank. Ich höre, ich höre. So. Okay. Dann kriegt er fort. Menschen mit diesen guten Ideen. Vielen Dank, Zugpferd wieder. 6,459 für Bezin. Wenn nicht quatschen. Hätte ich das wohl, ich meine selten unten Schlau-Sagment genommen. 6,449 für Bezin. 6,45, äh, 67, 40, 50, hört. Du warst gerade Durchfahrt. Den PT müssen wir nicht machen. Wunderbar, vielen Dank. So, der muss halt gerade jeden Moment da hinten auftauchen. Da ist er ja. 40,1, 43, du hast immer noch halb, oder? Ich habe immer noch halb, ja, aber wir arbeiten an hier. Sehr gut, dann kommt er erst mal nix. 14,139 habe ich den schon irgendwo auf der Liste. Ne, habe ich ihn nicht. Bist aber der nächste sein. Aber ich frage mich, warum ich will den und dann der 41 und der 42. Und ich finde, wenn die Fahrtrichtung einmal als Wegegleis mich gebrannt worden ist. Also, ähm, dieser Physik hat man mal gucken, ob es klappt. Ansonsten fahre ich gleich über das Rote und gucke mal, wo ich rauskomme. Wenn du drauffährst, ist einfach respawned vor dem Signal. Da gibt es Tricks für, keine Angst. Ich frage für eine Uhr einen Rote. Was? Warum habt ihr alle der Chat für Follower? Ähm, bei einem Triebwagen kannst du in den anderen Führerstand wechseln. bei mir ist es primär der Grund, der nicht auswählen. Das passiert nämlich doch noch was läuft. Ja, geht bei allen Fahrzeug. In der EU 04 geht es nicht. Da kannst du den anderen Führerstand nicht aktivieren. Doch, doch, das geht. Der wird aktiviert. Nur dieses Symbol leuchtet dann nicht. in dem Fall, aber der ist aktiviert zu sind. Okay, danke für den Weiß. Ich glaube, wir machen wir auf Dark Mode. das ist so gelöst, dass ich einfach zurück gefahren bin, voll Stoff gegeben habe. sieht so viel besser aus, wenn es hier dunkle ist. Bitteschön, oder? Was ist bei dir? Licht an oder aus? Das entscheidet die Frau. Aus. Ja, finde ich auch. ruhig mal das Pult ein bisschen leuchten hier. Ja, dann werde ich mir morgen schon spät zur Arbeit kommen, wenn ich nicht bis zum Endziel fahren kann. Ich weiß nicht wieso, aber mit der Musik, die was gerade im Hintergrund läuft, muss ich irgendwie an Miami Weiß denken. Boah, ewig her, dass ich das das letzte Mal gesehen habe. Ich hätte mal so einen Vorschlag, könnte unser Überleiern mal mit der Dreisine hier rüberkommen, Kaffee und Brüchen bringen? Bitte nochmal. Tja, wenn ich könnte euch was rüber schicken. Bööööööööw Tote Hose 3800, vier Minuten Wo ist der Zug? Der steht bei Lazy L Ah, das wird aber nix mehr mit vier Minuten Oh, der nächste wird dann der aus der Snowweg sein. Der Panzerstrolch. Das könnte noch was werden. Moisesam. Letzte Nacht komplette Schicht in der Snow gemacht. War mega. Und die Tage hole ich mir wieder ein... Mir wieder ein Langrisch. Original. Lebe in Ungarn. Oh, geil. 64050 beschwert sich erstmal im Chat. Aber ehrlich gesagt, der Onkel Lex drückt mich gerade auf eine Idee. Also, wir könnten eigentlich, wir müssen ja ein großes Löwenrudel alle Hashtag Rudel im Namen reinmachen. Das finde ich mega cool. Das Löwenrudel unterwegs in Simran & Co. Ich glaube, das werde ich auch machen. Jetzt im Spiel konnte ich das schlecht machen. Aber ich habe mal auch Hashtag Rudel damit reinmachen. Oder Löwenrudel. Hashtag Löwenrudel oder Rudel. Was meint ihr? Okay. Sie hat wohl da vorne gestellt und ich habe jetzt ein Satzsignal bekommen. Das ist natürlich merkwürdig. Das war auch nicht. Lion Gang. Auch nicht schlecht. Lion Gang. Das war mal wirklich was anderes. Lion Gang. Hashtag Lion Gang. Die alle zu. Alle hersteck Lion Gang. Nach dem Namen. Linesquad. Linesquad. Finde ich jetzt noch einen Tick geiler wie Lion Gang. Linesquad. Gute Ideen, gute Ideen. Ich weiß auch nicht, was ich tue. Am Zug, 42er ist ein paar Minuten bei mir, sagt zumindest ein Simrad-FR. Also zumindest zeigt Zapkewitz mir jetzt, dass du abgefahren wirst. Okay, machen wir immer so. Alle, die Mitglied sind, die machen Hashtag Lionsquad nach den Namen. Aber die Frage ist, wohin? Die Stärke des Leben wohl ist. Lionsquad wird mir richtig gut. Irgendwann schaffen wir es noch. Dann haben wir den DE1-Server unter unserer Kontrolle. Beziehungsweise, ich glaube, wie viele Leute sind es jetzt? 82 Leute? Ich glaube, ich könnte mal ganz gut irgendeinen von den anderen DE-Server kapern. Und voll machen. Und da unseren Spaß haben, müssen wir nicht auf DE1 machen. Genug Leute hat es ja. Was ist da los? Ich kenne die Musik mehr. Also Jungs, ich fahre jetzt Richtung da Provagonica. Ich bin jetzt auf der Auge gefahren. Jetzt komm ich. Los geht's. Oh, du bist einfach unser, ey. Die Kraft hier. Einfach unser, ey. Hättest du was früher machen können? Schönen dich. Da kommt er ja. Finally. Zumindest die Ausfahrt ist da. Drei Minuten noch. Mit dem Panzerstrolch. Der hat Durchfahrt. Wenn's der ist. Was kann eigentlich kein anderer sein? Nice. Coole Sache, Bruder. Coole Sache. Hahahaha. So ist es da weg. Mach mal hin, ey. Mach mal hin, ey. Drei Minuten soll er da sein. Aber ich sag's euch, wenn das neue Stellwerk da ist, gibt's den Stream. Und dann werden wir da erstmal ein paar Stunden drin bleiben. Ich freu mich schon so, endlich ein mechanisches Stellwerk zu machen. Auch wenn's vermutlich wenig sein wird zum machen. Wir wissen, was das Bild so von sich verrät. Aber das will ich machen. Es gibt noch kein Datum für das. Sie haben nur mit Bildern geteasert, aber sie haben nicht gesagt, wann's kommt. Aber lang dürfte es halt nicht mehr dauern. Weil es schaut so gut wie fertig aus. Davon würde ich jetzt noch die finalen Playtests machen. Und ja, vielleicht kommt's ja schon nächste Woche. Wer weiß. Äh, 41, 100, ja, das ist der, was durchfährt. Ja, ist bekannt. Das ist das Stellwerk links unten bei Sosnovi Cloney. Das ist ein eigenweisiger Abschnitt. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Was sagt das Gay? Du bist dicht in meinem Bereich und sie stellt keinen Anfrage für das Gleis. Hi, ich bin Azubi aus dem ersten EADW Fernverkehr in Berlin. Ich habe seit einer Weile still deine Streams und wollte dir nochmal sagen, was ich deine Streams finde. Weiter so. Vielen Leben Dank. Das freut mich sehr. Ja, die F-Bahn klickt jetzt hier. Weißt du eigentlich noch mehr gebraucht? Die neue Nummer? Das Spiel hat so viel Potenzial. Äh, boah, die Liste an denen. Plus eins unterwegs. So, dann machen wir das Spiel mal ganz kurz müden. Äh, die haben so viel vor in dem Spiel. Also abgesehen von den ganzen Stellenwerke, äh, neues Fahrmaterial. Ähm, es ist wirklich sehr viel groß. Ich meine, sie haben jetzt nicht wirklich eine Roadmap. Sie haben ja gesagt, dass einem wirklich noch sehr viel kommen wird. Aber wann, wie, wo, was genau. Da sind sie recht sparsam mit den Infos. Es ist einfach nur abwarten. Aber sie sind wenigstens aktiv. Also alle, also de facto jede Woche kommt irgendwann ein Update raus. Sie sind im Forum auch aktiv. Einfach warten. Und wer jetzt überlegt, soll ich es mal kaufen oder nicht? Kauft es euch. Weil das Spiel wird immer besser und größer. Und ich denke mal, wenn sie in den Pace weitermachen. So wie sie jetzt gerade an dem Spiel dran sind. Dann glaube ich, haben wir Ende des Jahres einen richtig geilen Simulator. Und wer weiß, was wir da alles dann noch haben werden. Und es gibt ja auch die Option, dass es dann eventuell später auch neue Strecken gibt. Oder auch Polen dann erweitert wird. Mal sehen. Also einfach mal abwarten. So, ich mache mir das Spiel wieder an. Geil, weil das Spiel europaweit. Ja eben, vielleicht kommt es ja mal. Immer noch besser als TSW zu kaufen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, es werden noch viel mehr Stellwerke. Denn FTL ist sehr, sehr, sehr beliebt. Und natürlich stabiler Server. Ja, ne. Ich mache eine Ersführung als Rückführer. Und ich finde das super spannend. Auch mal die andere Seite des FTS zu sehen. Moin. Und ciao. Also, Abfahrtsmeldung wäre natürlich was, ne. Was warst du jetzt? Der 142er. Äh, 41142. Abgefahren. Okay. Liebe Leute. Es ist 11 Uhr. Ich muss morgen wieder früh auf. Ich würde sagen, für heute lassen wir es erstmal. Es war ein witziger Stream. Wir haben eine kleine Störung gehabt. Jetzt ist es zwei. Ich fand es eigentlich ganz witzig mit dem Notfalleinsatz. Das werden wir, denke ich mal, wiederholen. In einem anderen Stellwerk. Und ich wünsche euch allen eine wunderbare gute Nacht. Und hey. Wenn ihr zeigen wollt, dass ihr beim Rudel dabei seid. Macht Hashtag Lion Squad in den Namen rein. Ich würde mich freuen, wenn ich euch dann sehe. Und ja. Eventuell. Morgen. Übermorgen. Komm ich dann wieder rein. Stream wieder. Was ich dann streamen werde? Steht noch in den Sternen. Aber ich komme wieder. Ich wünsche euch was. Ich würde euch lieb gedrückt. Und bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ihr ein Abo da. Und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.